Ich kann sie mir natürlich auch selber ans Gesicht werfen. Es ist schon wieder Dienstag. Hallo. Na? Hallo? Hallo? Hallo Fössi? Na? Was geht? Hallo, hallo. Ich schaue nochmal kurz in Vinyan rein, denn ich mache Bauchredner. Und sonst kommt Nusa gleich wieder und sagt, du machst einen Bauchredner. Und ich so, äh, äh. Äh, du, 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 Titmicke. Ich mache, Titmicke. Tschüss, habu! Hu, hu. Yahoo! Yahoo! So, da sieht alles gut aus. Da sieht gut aus. Was ist hier? Ach ja, Dijavoo ist neu dazu gekommen. I see. So, Kinder. 3, 2, 1. Achso, erstmal. Hier, hier, hier. Hallo, Primo. Ein wunderschön. So, 3, 2, 1. Hi, Lea. Hi. So, sieht man das auch. Auch voll anstrengend hier aber, ey. Wie, 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 wie bitte was? Hai. Das ist ein Fisch. Haie sind nämlich Fische. Und keine Säugetiere. Was für Fans. Hä? Die einzigsten Fans, die ich hab, sind in meinem Server. Die sorgen für Kühlung. Unter anderem. Falls die Wasserkühlung nicht, äh, die hat ja einmal, einmal wollte die nicht. Bis hier, vielleicht. Das ist so ein bisschen wie bei, war ein bisschen wie bei Tschernobyl. Weißt du? War wüt. Aber, äh, naja. Ich hab's, äh, wie die, ich hab's wie die Sowjets gemacht und hab's vertuscht. Ganz einfach. Hat Chris Fans. Auf gar keinen Fall. Sag ich doch. Außer in meinem Server drin. Face on the stick zeigt auf sich. Mhm. You are a fan? Nice. Du drehst auch immer so am Rad, ne? Oder? Ui. Alter, ich hab bestimmt wieder kein Roll-Emote hier. Hab ich da irgendwas? Roll. Ich hab TP Crunchy Roll. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ich hab Toro. Roll Ice. Rollercaster. Rollerskate. Ich sag mal Knusperrolle dazu. Was ist das? Ein globales Twitch-Emote. Habt ihr gesehen? Das ist mir eben bei Tazik aufgefallen. Habt ihr gesehen? Was sie mit, was sie mit dem Dino-Dance gemacht haben? Also. Der hat irgendwie, irgendwie hat er zugelegt. So sah er früher aus. Was ist denn da los? Hä? Was? Dino, was haben sie dir angetan? Also ich mein, das hat auch was. Aber irgendwie. Das sieht eher aus wie, wie. Ich dachte erst, das wäre Pikachu oder so. Also dafür muss ich, muss ich glaube ich heute den Dino auf dem Kopf haben. Der war da voll, voll cute. Ja. Denke ich mir auch so. Hä? Hm. Zwei Jahre. Ja, oder, oder nach. Nach, nach der Trennung. I don't know. Ich weiß auch nicht. Hm. Wild auf jeden Fall. Apropos Wild. Ähm. Gehen wir hier rüber. Und machen das mal an. Und siehe da, es passiert nichts. Das ist gut. Also es ist nicht gut. Weil es ist schlecht. Kann ich hier vielleicht? Ich versuche mal die Ava Media gerade anzuquatschen. So nebenbei. Hallo Ava. Die haben Twitch eine Brille verpasst. Nun ist es besser aufgelöst. Und, 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 und cuter. Und, und cuter. Und cuter? Ich glaube, du meinst cute. Äh. Wie, die haben, hat Twitch ein, hat sich die Twitten, hat Twitch irgendwas? Nee. Ich sehe nicht, dass sich da was verändert hat. Bei Twitch. Meins ist immer noch. Das, das jute alte Twitch. Das ist Justin TV. Wie? Ah, okay. Ich habe nichts gemacht. Zu, du Fans. Achso. Wie, Primo, und das erst einmal. Hä? Oder ist schon? Weh? Da habe ich doch häufig schon geachtet. Cuter, nicht Cutter. Achso, das macht Sinn. Gute. Akute Nothilfe. Äh, das wird doch cute geschrieben. Genau. Oder, äh. Oder cute gibt es noch. Oder es gibt. Cute. Oh, oh, oh. Oder cute. Irgendwie so. Irgendwas mit Q und D und I don't know. Mensch, das kennt das. Gibt Pseudo-Fans. Auch nicht, hm. Ach, Michse. Ja, Michse gibt es natürlich. Cute. Okay. Hello, hello. Hello, hello. Es ist eine Notza. Notzandra. 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 Warum geht meine Dings nicht doch da? Ich muss mal hier weg. Wie lange der auch braucht zum Laden? 60,3%. Gib dir gleich. Mhm. Wir haben, wir haben, wir haben gedacht, wir, äh, wir protestieren jetzt gegen den neuen Dino-Dance. Rex Fury ist ein böser Mensch. Vor ein paar Jahren wurde er wegen eines schweren Verbrechens verhaftet. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war. Und ist ins Gefängnis gesteckt. Aber er ist ausgebrochen. Deshalb ist Chase McCain wieder da. Und ich mag Chase echt sehr gern. Also ist es irgendwie gut, dass Rex ausgebrochen ist. Oder so. Oh, warum sagt denn keiner, dass hier zweimal Musik an ist? Mann, ey. Ich brauche echt Mods, auf die ich irgendwas schieben kann. Habe ich eigentlich schon gesagt, hallo Skeletor? Ich glaube nicht, ne? Habe ich eiskalt? Ihr könnt doch nicht einfach vorne im, 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 im Dings, im, im Dingsimut irgendwas schreiben. Ich bin noch nicht da. Wenn ich nicht da bin, will ich nicht da. Oh, geht das ja ekelhaft. Habe ich es gerade gesehen. Ich wollte gerade wieder meinen Standardspruch bringen. Aber dann, dann werde ich wieder böse angeguckt. Dann gibt es wieder Bonkis. Äh, 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 ich wollte gerade sagen, warum ist das Spiel so leise? Weil ich es so leise gemacht habe. PAD entdeckt. So, ich mache das Spiel immer wieder auf 40%. Ich habe hier meinen, meinen, meinen magischen Knopf. Dann sammeln wir diese Dinger hier mal wieder ein. La, 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 la. Ich bleibe heute übrigens so. Hier schon meine Ecke. Ich bin ein wenig groß. Wie bitte? Habe ich so ein, habe ich so ein extra groß irgendwie? Wie bitte? Hallo? Hallo? So, das finde ich gut. Ja. So, hallo? Willkommen bei Lego City Undercover. Ihr wisst nicht, wie ich aussehe. Wo habe ich es bloß hin? Ja, frage ich mich auch. Oh, warte. Ihr seid ja gar nicht wegen mir hier. Ups, falsches, falsches Ding so. Da. Bleib so, ja. Äh, puch. Oh, Blume. Äh, ne, die nur da, die geht. Ja, 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 ja. It's a, it's a me. Yeah, ja. Mmh. Schieb's doch wie gesündig auf Chris, auf Chris-Bot. Hä, der arme Chris-Bot. Der hat, der hat genug zu tun. Der muss den ganzen Stream nebenbei laufen lassen. Der kann nicht ständig rüber gucken hier. Ja. So. Mmh, mmh, mmh. Junja. Ich hänge ein wenig nach. Ich erst. Also, ich bin ja immer aktuell mit dem, mit dem Chat. Mit Schmackes. Mit extra Schmackes. So, ich hänge ein wenig nach. Können wir den Stream in deiner Nase genießen? In meiner Nase. Wieso denn in meiner Nase? Wieso denn, warte mal. Wieso denn in meiner Nase? Äh, du bringst mich auf Ideen gerade. Warte mal. Props. Äh. Nee, das macht, glaube ich, Text. Browser. Meint, wir könnten einen Browser adden. Browser-Source. Okay. Huch. Was hab ich gemacht? Hey. Hey, was soll das? Hä? Was hab ich gemacht? Hä? Hä? Wo ist OBS? Da. Hä? Was habt ihr gemacht? Hm. Äh. Also ich schau. Wo wurde das nicht? Das ist gut. Werden hier so Props? Also die Wurst, dann müsst ihr mich umgeworfen. Hä? Die Wurst? Ich weiß nicht. Die Wurst müsste ich eigentlich an irgendwie Bits hängen oder sowas. Umgeworfen. Ja. Gab es Erdbeben? Wild. So, Twitch TV. Äh, ich meine natürlich. Äh. Wie heißt denn der alle hier? So. So heißt der. Ich hab ein bisschen Angst. Okay, wie sie sehen, sehen sie nichts. Warte, dann muss ich das irgendwie bestätigen. Ah. This video is either supported in this... Was ist, was ist das? Oh. Hilfe. Warte mal. Das Video is unavailable or not supported in this Browser. Na toll. Das ist ja super. Äh, wie mach ich das denn jetzt? Hm. Wie sieht das in OBS überhaupt aus? Oh, hallo. Hallo. Ich bin's Twitch. Hm. Warum geht denn das nicht? Login, sign it. Okay, gut. Das funktioniert so nicht. Schade. Hätte ja sein können. Ja, da bin ich halt ne Wurst. Hallo. So. Oh, Kind. Isch doch mal was. Was ist das? Ach so. Das ist der Partyhut. Was ist das? Das ist der Partyhut. Okay. Hallo. Ja, damit ich dich besser sehen kann. Was ist denn Quatsch hier wieder? Was ist das? Ach so. Hallo, ich hab ein Mikrofon. Was ist das? Was ist das? Ah. Ich hab ne... Ich hab ne... Ich hab ne Kakao auf dem Kopf. Jo. Was ist das? Ach so. Ah, das sind ihr. Hey! Äh, warte hier. Hey, listen. Was ist das? Hey, listen! War ich die ganze Zeit im Ohr? Hey, ich bin der Jet-Hapest. Fie. Äh, b-b-b-b... Das Sofort gewackelt. Aha, mhm. Die Brille. Ah. Schicker Rucksack. Was für ein Rucksack? What? Mach mal Dark-Mode. Warum Light-Mode? Ich hab das Browser-Fenster da reingeladen. Du kannst doch fragen, warum Englisch? Aber der Light-Mode. Uh. Ja, aber hast du recht. Warum, weiß ich auch nicht. Vor allem, wie soll ich das... Das Browser-Fenster... Wie soll ich... Wie soll ich da irgendwas ranklicken oder so? Ich hab keinen Plan, wie das geht. Das geht irgendwie nicht. Ich kann das nicht. Ich bestell nochmal ne neue Nose. Okay. Kakao. Mhm. Das ist gut. Ich kriege wieder ne Rechnung für den Monat. Was? Was für ne Rechnung? Was hab ich gemacht? Oh nein. Die Nose kaputt gemacht. Oh nein. Nein. So, wir haben noch nichts gespielt heute hier. Ich wollte... Ich hab keine Ahnung, was ich wollte. Ich hab mich schon wieder ausgebracht mit eurem... Guck mal da. Ein... Ein fliegendes... Mammut. Ja, ein bisschen lauter können wir schon. Ich mach mal auf 60. Das passt zu uns. Oh, hallo. Was gibt's genau? Äh, was gibt's überhaupt? Was mach ich? Was mach ich hier? Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Das ist ein Notfall. Das ist ein Notfall. So, ich bin heute undercover unterwegs. Ähm. Bitte unterlasst irgendwelche Wörter, wie Polizei, FBI, Drogenverhandlung. Man soll nicht mitkriegen, dass ich Polizei bin. Ja. Bulle. Genau. Oh, auch ganz, ganz böse. Ganz böse. Flug. Flug. Wir sammeln übrigens... Alter, die laufen auch alle vor's Auto, ne? Wir sammeln übrigens für, äh, arme... Polizisten, die sich, äh, was leisten müssen. Ey, das ist so geil, ne? Im Vergleich zu anderen Spielen. Du kannst dir wirklich alles umfahren. Das macht mir richtig Spaß. Und ich werde dafür belohnt. Wer trommelt denn da eigentlich so? Okay, das ist im Spiel. Ist das schon mal gut? Aus Böch! Oh, Kanone. Oh, Entschuldigung. Ich muss nochmal durch. Ah! Ich hab'n Cabrio. Da unten sagt er, du hast Polizei. Und plötzlich darf keiner mehr drüber reden. Ja. Ich hab' Polizei. Nein, nein. Ich bin... Ich, äh, äh, ich bin ein... Ein, ein einfacher Bürger. Ich weiß gar nicht. Ich hab' nichts mit der Polizei am Hut. Oh, ne Schweinekan... Ne Schweinekanone. Da muss ich ein Schwein hinbringen. Ein Schwein! Papi unterstrich Nero spendet einen Biddy. Ja, bitte. Herr Officer, Herr Officer, jemand hat meine Lekalice geklaut, Awu. Awu? Was machst du denn da? Ich, äh, ich weiß nicht, wen du mit... Herr Officer meinst. Ich bin kein Mies-No-Officer. Ich sehe hier keinen. Ich bin... Ich bin an der Kaffer, bst. Ich bin unter Deck. Ne, Moment. Das ist was anderes. Ob ich da hinkomme? Schwierig. Yeah. So, Moment. Ich will doch alles durch umfahren. Ach, das ist hier oben. Was ist da? Ah, Blümchen. Da muss ich mal eben hin. Down unter einer Decke? Ja. Ihr seid auch alle unter einer Decke. Ne, wie sagt man? Unter einem Deckel? Ihr steckt unter einem Deckel. So war das. Äh. Ah, ich muss hier den Blümchenmann da. In der Farmer. Gewitter? In Neuss? Ist denn viel passiert? Nein. Okay. Wo das gewesen ist? In Bochum? Ist das doof. Aber ich mag's. In Bochum. Auch. Saarbrücken. Ach ja. Warum laufe ich hier jetzt eigentlich lang? Außer, weil... Oh Gott, weil ich hier hin wollte. Nein. Okay. Nicht in Saarbrücken. Das ist gut. Was denn? Bis... Oh Gott. Ich muss den Räuber machen. Wo ist der Räuber da? Ich muss den Stubts immer hinterherlaufen, ne? Schon ein bisschen nervig. So, was machen wir? Aua. Ah, was? Was machen wir denn heute? Da, Super, Superstein. Ah, Superstein. Genau, ich muss... Ich glaube, ich spare für irgendwas. Nicht für den T-Rex. Den hatten wir schon. Für was spare ich denn? No, Saar. Mein Gehirn. Sag mal. Kann man da durch? Ach, das geht natürlich nicht. Das sieht nur aus. Guten Abend. Hallo, Schenayra. Schenayra. Boah, kann ich hier? Oh, ich kann nicht. Schade. Ich würde so gern. Ähm, ähm. Hm. Aha. Oh, 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 oh. Das, äh... Huch, was... Achso, die Farb... Ah! Noch ein Stein. Das wäre die nächste Entwicklungsstufe. Von wem? Was? Hä? Weiß es nicht. Ich hatte einfach irgendwas zu sagen. Kann ich doch eh nicht kontrollieren. Nosa kann mir alles erzählen. Ich mach hier kaputt. Ich bin jetzt sauer. Ich bin sowas von aggressiv. Man hört es vielleicht in meiner Stimme. Oh, Mann, ey. Eine Rufsäule. Was will ich mit einer blöden Rufsäule? Vor allem für 8000. Ich brauch mehr Achterbahn. Stimmt, Achterbahn wollte ich fahren. Ja, ich wollte 50.000 für die Achterbahn. Nosa, so smart. Nosa hat es gut. Die hat kein Ramm. Die hat... Ich glaube, Ge... Ge... Gehirn heißt das, glaube ich. Da kann man Dinge länger speichern. Beziehungsweise auch, wenn... Auch wenn man den Strom abstellt. Ich glaube, Schlafen nennt man das. Was ist das denn hier? Versteckte Zeitlaufer raus. Wollen wir das mal machen? Ich hab keinen Plan, was geht. Fahr durch Kontrollpunkte, erreiche in Rekordzeit das Ziel. Okay. Lass... Boah, dieser Speed. Ich fühl ihn. Ich fühl ihn. Speed! Verdammt, das muss ich, glaube ich... Speed! 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 Oh, kann ich da rüber? Oh Gott, äh, ähm... Hilfe? Ich hab vielleicht verkeckt. Hupsi. Warte, ich muss noch mal ganz kurz Dinge machen. Klingon. Gut. Gut. Warte noch mal. Sput! Ich muss gerade... Alter, ich muss... Gerade. Oh Gott. Entschuldigung. Meine Schuld war das nicht. Genau, meine Schuld war das nicht. So, jetzt gerade. Uäh. Oh, hupsi. Falsche. Ah! Muss ich mal ganz kurz durch. Ah! Hm, was? Warte, 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 warte. Ich muss, ich muss, ich muss Dinge lesen. Nochmal Glück gehabt, was? Das war das letzte Woche, ich mich erinnern konnte. Und dann war Sonntag. Was? Aha, aha, mhm. Der Kumpel von Face erklärt, was ein VTuber-Modell ist. Ah, nee, was ein VTuber-Modell ist. Aha. Aha. Der fand ich richtig cool. Weiß. Ja, äh, ich bin... 36,8 Grad. Noch geht's. Mal schauen, wie lange noch. Weißt du was? Ich brem's einfach ein bisschen ab. Ich hab noch Zeit genug. Hauptsache, ich, ich treffe halt die Zentralpunkte. Ich fahr jetzt auch nicht. Ich hab eben natürlich einfach mal gezeigt, wie, wie man nicht fährt. Ja. Ganz easy. Locker aus dem Schuh geatmet, oder wie sagt man? Ja, ich komm später nochmal genau. Ich füll dann die Versicherung aus. Oh, oh Gott, nie. Deja vu. I'm on the street. Calling you. Geh mal auf dem Weg. Nein, ich sag du. Jun, jeri, Saturn. Jun. 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 Oh, wow, voll der Scam. Ich liebe das, ne? Dass du nie siehst, wo du eigentlich langfahren musst. Gerade jetzt hier. Jetzt weiß ich hier nicht, wo ich langfahren soll. Anstatt einfach, warum muss er die Pfeile nach oben machen? Das hab ich bei Autobahnrasers schon immer gehasst. Bei so, bei so, bei diesen Rennspielen halt. Oder Need for Speed. Ich meinte Need for Speed. Speed. Ich hab nix verstanden, was er gesagt hat. Kräftig mit Winnie bei Pabalado irgendwas. Aber Speed. Speed. Ja. Ähm. Eigentlich könnten wir, bevor ich das, bevor ich das vergesse. Wart denn? Ich hab nix gemacht. Ich bin undercover. Pst. Maul. Audacity. Wo ist er denn? Warte. Er hat geplinkt. Das heißt, er hat ihn verschoben. Replace. Lade. Letzte. Clips. Schwupp. Äh. Lade. Channel 3. Lass. Boah. Dieser Speed. Ich fühl ihn echt gut. Mhm. Speed. Ja. Das ist schon mal gut. So, einmal Speed, bitte. Dankeschön. Speed. Ja. Speed. Hm. Speed. 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 Oh, kann ich da rüber? Pff. Oh Gott. Ähm. Alles klar. Hab's. Da, bitteschön. Ich normalisiere es nochmal. Normalisieren. Schwupp. Schwupp. Und dann. Als Wave. Es ist. Scheiße Speed. So. Damit ich das nicht vergessen. Nicht, dass ich mir wieder anhören muss. Äh. 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 Ich hab. Ich weiß. Was ist das? Hä? Das ist doch. Das ist doch Winnie. Das ist doch. Wild. So. Wo ist denn das? Da. Da will ich hin. Da. Da. Einmal da. Da. Ja. Sehr schön. Einmal Speed zum Mitnehmen. Live sogar. Ja. Speed. So. Was? Autobahn Raser. Ja. Oh. Ey. Wirklich. Ich hätte da echt mal Bock drauf. Ne? Also was wir mal zocken könnten wäre USA Raser. Das habe ich. Aber Autobahn Raser wird schwierig. Weil das läuft nicht mehr. Da müsste ich echt tief im Webstuhl graben. Jetzt fang ich auch schon so an. I see what is. I see what is happening here. Oh nice. Live sogar. Ahahaha. Ja. Oh Herz. Oh ganz viele Herzies. Geil. Time for some good croc. Yes. Hallo Sternhexer. Ich bin. Ich bin Zivilist. Ich bin ganz. Ganz lieb unterwegs. Ich brauche mal ein Auto. Was fühlt denn ihr mehr? Krankenwagen oder Abschlepper? Der Abschlepper hat Blinkies an. Außerdem. Ich soll. Ich soll Autos abschleppen können irgendwie. Irgendwie funktioniert das. Bei wem könnten wir das denn machen? Außer wie werde ich. Wie werde ich die Blinkies wieder lohnen? Die kann ich irgendwie ausmachen. Bestimmt. So pass auf. Wie cool. Ach das macht er automatisch. Geil. Und er so. Ey was soll das? Oh. Upsi. Entschuldigung. Oh nein. Nein. Ich sollte mehr Zeit auf den Wasser bringen. Ich habe vielleicht mein Auto kaputt gemacht. Oh Gott. Egal. Abschlepper. Ja. Ich. Oh. Sie kennen mich. Ich schleppe immer alles ab. Was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Oh nein. Banane abhügt für sich. Ne. Moment. Bananen. Bananen. Bananen sind. Ey was. Hey. Der Polizei hat mich kaputt gemacht. Hat mein Abschlepper. Müde. Taxi. Geht's aber los. Ja. Wie nehmt man das da? Mir schon wieder viel zu. Ach der Sound einfach. Habe ich schon erwähnt glaube ich. Ne. Dass der Kater ist. Meine Schuld war das nicht. Hab sie gar nicht gesehen. Oh Gott. Das Ding fährt sich aber auch wie so ein. Ah. Ich war es nicht. Entschuldigung. Ich muss nochmal durch. Excusi moi. Iiii. Ah. Aua. Aua. Ich fahr lieber mit der U-Bahn. Oh. Geht nicht. Aua. Zeitung sind eh kacke. Oh Moment. Da will ich hin. Ah. Warte hier will ich hin. Ich will ein Eis. Was nehm ich denn? Was fühlt ihr denn so? Ich kaff dir Kartoffelchips. Ja. Die mag ich. Kartoffelchips. Die mag ich. Ich glaube ich will das in der Mitte. Das weiße. Hallo. Wieso kann ich? Ich darf hier nicht rein. Ich darf kein Eis. Nicht zu alt oder was? Apalados. Ich will Eis. Ja man weiß ich doch nicht. Ich weiß nicht welches Gebäude sie suchen. Ja. Oh. Hi. Schickert, dass du jetzt ganz hoch bei ihm im Kurs stehst. Keine Sorge. Ich bin nicht eifersüchtig. Ist er da? Er sagte, er wollte sich mit irgendeinem Privatkäufer treffen. Ja. Um ehrlich zu sein bin ich ein wenig besorgt. Der Typ mit dem er sich trifft war mal die Nummer in der Stadt, bevor sie ihn eingebuchtet haben. Jetzt wo er raus ist, hoffe ich, dass er Winnie nicht aus dem Weg räumen will. Soll ich nachsehen, ob bei Winnie alles okay ist? Wenn Winnie rausfindet, dass ich jemanden geschickt habe, wird er stinksauer. Hm. Er darf's also nicht erfahren. Ich weiß nur, dass sie sich draußen in Paradise Sands treffen wollten. Such dir einfach eine erhöhte Position, dann entdeckst du sie vielleicht. Gut. Danke, Mo. Nein, ich hab zu danken. Aber Moment mal. Wenn, also Rex Fury kennt uns doch. Wenn sich also Winnie mit Rex trifft. Oder jetzt hier, stellt ihr mal vor, wir hätten jetzt hier rumgestanden und dann käme Winnie mit Rex um die Ecke. Da hätte Rex doch sofort gesagt, das ist der Bulle, der mich eingebuchtet hat. Und dann alle so, boah, warst du Bulle? Und ich so, hä? Ich, äh, ich weiß nix. Also von daher, hä? Äh, war doch auch kein Sinn. Wer stellt denn hier seine alten Schrottkarren eigentlich immer vor unsere Haustür, ey? Ich sollte mehr Zeit auf dem Land verbringen. Ja. Ich sollte auch. Entschuldigung, wo ist der denn? Ich will jetzt fahren. Er fährt sich wenigstens gut. Da crasht man nicht so häufig mit irgendwelchen Gegenständen oder so. Ups. Aua. Papi-Nero spendet einen Biddy. Flug der Ki ist in Ordnung. Ki kann weiter kniepen. Wett. Flug der, wett. Flug der KI ist in Ordnung. KI kann weiter kniepen. Okay, okay. Cool. Oh, Tunnel, ich sollte hupen, ne? Was lustige ist, es gibt nur den einen Sound, nur diesen Hoop-Sound. Anstatt das einfach so zu machen, dass er so lange hoopt, wie lange man den Knopf drückt. Okay. Ich habe nichts gesagt. Aber nur einmal, wenn ich einmal kurz den Knopf drücke. Ich kann nicht, dh, 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 dh machen. Das ist trotzdem schlecht hier. So, was ist das hier? Oh, nee. Ah! Was ist deine... Es ist ein Pferd. Ein Pferd auf einer... ...Liege. Ah, was ist denn eine Bühne? Wie komme ich hier raus? Zurück in fünf Minuten. Ich habe keine fünf Minuten. Da muss ich wohl auf die harte Tour hoch. Wie? Zurück in... Warum steht denn das da nicht? Papi-Nero spendet 100 Bidys. So jetzt hast du Papi-TÜV. Papi, danke dir. Hast du ein Lotto gewonnen oder was ist los? Du hast doch vorhin schon so viel bei Tarsic reingeputtert. Hier übrigens, ne? Herr Berliner Bahnstube, wenn sie das sehen. Was wollen das hier einfach? Bits reinpumpen, wenn ich nicht online bin. Also das geht so nicht. Da kann ich ja gar nicht Danke sagen. Dabei steht das doch hier bei mir im Protokoll drinne. Guck mal, es sieht aus, als würde er lachen. Herr, hallo, Herr. Ah, da bei dir auch echt? Alle verrückt heute! Alle verrückt! Schneider, danke für den Lurk! Äh, ich hab mich im DC bedenkt. Ich glaub, ich hab ihn gar nicht im DC. Sonst muss ich bei dir auch mal irgendwie da gucken. Ich wollte ja eh nochmal da rein... reingucken. Alles verrückt heute, ja. So, wie komm ich hier rauf? So vielleicht? Ah! Homie, ja. Ach, Hom... Er ist Homie? Aber ist das der Homie, der... Echt? Ich hab's ja nicht... Ich hab's ja nur gehört. Ich hörte Tarsic vorhin immer nur, Homie, hör auf jetzt! Böse! Ach, ja. Ich find das total wild, wenn Leute woanders anders heißen. Ich find's sowieso wild, wenn Leute anders heißen. So, kann ich jetzt mit der Biene, oder was? Schöne Biene. Ich hör ständig nur... Biene! Ah, bobo Biene. Äh, ich brauch grün. Hat mal jemand grün? Müsste da ja dann eigentlich sein. Yes. Was war das denn? Rrrrraa! Rrrrraa! Wenn ich irgendwo... Ach, ich prügel mich einfach durch. Äh, klar! Da wird ein Farbdingsbums draus. Ein Farbdingsi. Kennt man ja, mit Rot und Grün. Wenn Leute anders heißen, ne? Ich heiße, wie das hier steht. Ich weiß gar nicht, wer Cosmo ist. Das steht hier nicht. Komm ich da durch? Nein. Aber ich meinte hauptsächlich im Internet. Wenn du drei... Wenn du... Wenn du bei Twitch Günther heißt, bei Discord Peter und bei... Bei Steam weiß ich nicht. Äh... Ja, und jetzt? Jetzt ist die... Kann ich jetzt mit der Biene fahren, oder was? Geht das von hier aus? Ah! Ah! Danke, Biene! Dieser Biene, ey. Ist das... Ist das... Was ist er denn da für eine? Ist das ein Türsteher oder sowas? Warum ist hier... Hier gesperrt? Was ist hier gesperrt? Ach, da vorne? Kann ich da nicht überhauen, oder was? Warum kann ich das Ding nicht wegboxen? Ich will aber... Kann ich hier boxen? Oh, warte. Ich boxe dich! Junge! Wuhu! Ah, es gibt extra. Erstens Lohnsteuer. Zweitens wollte ich euch mal Danke sagen für die geilen Erfahrungen, die ich... Was? Und ich mache auch verrüstet Sachen. Schön langsam. In den Fitnessclub kommen nur Mitglieder. Aber ich bin ja fit. Natürlich sind sie das. Sie wissen sicher nicht mal, wie man die Geräte richtig bedient. Ah, I see. Ich muss die Geräte richtig bedienen. Okay, ich mach mich bereit. Okay, ich bediene das Gerät richtig. Richtig hart. Huah! Eins. Zwei. Zehn. 530. 720. Ha! War eigentlich 530 und nicht 540. Ich weiß auch nicht. So, was ist das? Wie geht das hier? Ist das dieses Laufheben? Oh Gott. Ah! Ich muss laufen! Ich weiß gar nicht, warum Leute das immer so anstrengend finden, dieses... Gym. Sie scheinen tatsächlich ein Mitglied zu sein, obwohl ich sie nicht erkenne und sie auch keine Mitgliedskarte dabei haben. Ja, äh, sie erkennen mich nicht, weil ich hab mich ganz schön verändert, als ich das letzte Mal hier war. Weil ich so krass trainiert habe. Ja, sie sehen ja meine Muskeln. Und, äh, Mitgliedsausweis brauch ich nicht, weil sie kennen mich ja. Ich weiß nicht, wer Kantiago ist. Was? Meinst du, Santiano? Ist er, ist Santiago? Nee. Sanz. Was? Santiago? Santiago? Okay. Nochmal die Frage, Ma'am. Haben sie gekifft? Warum kann ich denn hier das Ding nicht kaputt machen? Bro, Junge. Mach kaputt jetzt hier. Sind das Donuts? Das bin ich. Santiago? Hab ich noch nie gehört. Crispino? Hab ich auch noch nie gehört. Crispino. Crispino? Crispino. Aber ich kann hier nochmal. Ich hör, ich hör, irgendwer wiert hier. Ich nehm das Ding jetzt. Wie nehm ich denn das Ding mit? Hab ich nicht noch eins in der Täsch? Ich hab immer noch eins in der Täsch. Dann hol ich mir das. Ich war's nicht. Cario? Caries, wenn dann, bitte. Carino, Caries. Sie kennen mich. Ja, jetzt geht das Ding natürlich nie kaputt, ne? Weil ich immer, immer eins dabei hab. Irgendwie. Ich weiß nicht, wo ich eins wo ich das her hab, das eine. Egal, ich zeig euch jetzt mal, was eine Hake ist. Ach nee, Moment. Ich bin ja gar nicht. Ich bin ja nicht der Farmer. Ich bin ja der... ...der Bergmann. Santiago ist ne Band. Meine ich doch. Santiago heißt nicht Santiano? Weil Santiago Zisma ist. Der spricht doch Spongebob. Verhobte ich jetzt einfach mal so... Oh, kann ich Aufzug fahren? Warum ist denn immer Musik, wenn ich in irgendeinem Aufzug bin? Ist das irgendeine Anspielung oder was? Frank! Hallo, Chase! Hast du dich im Hotel meiner Eltern einquartiert? Nein, ich suche nach Vini Pappalado und Rex Fury. Hm, ich kann mal im Gästebuch nachsehen. Das ist nicht... Egal. Hast du von hier oben aus irgendwas Verdächtiges beobachtet? Nö. Da war nur dieser komische Hubschrauber, der vor ein paar Minuten hier vorbeiflog, um dann auf dem Gebäude gegenüber vom Herbert Hotel zu landen. Beim Herbert Hotel? Dann muss ich da hin. Hey! Was spricht denn gegen das Hotel meiner Eltern? Ob das wohl mit dem Gast zu tun hat, bei dem sich die Schokolade auf dem Kissen als Kakerlake rausstellte? Ja. Aber ich mach's schon wieder, ne? Ich turn schon wieder hier rum und fall gleich runter und dann ärgere ich mich, dass ich hier rauf muss. Aber ich mach jetzt das Hühnchen. Wer ist das Hühnchen? Ich kann auch mit dem Pferd rüber. Kerle gerne. Idrisch, Englisch, Bedeutung breitköpfig. Wie bitte? Kalimero. Schöner Schenkel, was? Kalimero mit Sombrero. Das sind ein paar wilde Sachen. Was tun wir jetzt mit Breitkopf? Oh, da gibt's den Stein. Da soll ich hin, okay. So, Chad, wie ging das noch? Wie konnte ich dann noch das Hühnchen machen? War das mit X? Mach's gut, Chase! Ich hasse es. Es steht jedes Mal da unten, aber ich lese die Dinger unten nicht, weil die so schnell weg sind. Das ist einfach so, das irgendwas. Das interessiert mich nicht. Jedes Mal muss ich dann da wieder hochlaufen. Preparo. Ja, schön wär's. Hätte ich jetzt einen Besen, hätte ich da hoch, wäre ich da einfach hochgeflogen. Ich hab keinen Besen. Guck mal, ich muss mal meine Stats einsammeln hier. Aua. Das hat wehgetan. Nein, hat es nicht. Das hätte ich gesagt, hätte es wehgetan. Wir haben es mit Kalisto, griechisch, italienisch. Ja, mit altgriechischer Herkunft. Vielleicht von griechisch Kalistos. Am schönsten. Kerwin. Hat einen lateinischen Ursprung, bedeutet etwa der kleine Kale. Na, ich bin wieder klein, noch bin ich Karl. Nie ist Chris. Ich dachte, das hat ein... Das steht doch da. In meinem Channel-Namen. Karl, das tötet Menschen. Das tötet Menschen. Höre ich ständig, dass irgendwas Menschen tötet. Die sind aber auch so leicht kaputt zu machen, ne? Und hatten wir das ja auch mit irgendwelchen Stromschlägen. Ich mag ja Strom. Strom ist gut. Oh! Guckt mal kurz weg. Äh, wobei, hier bin ich auch undercover. Cover. Wow! Hier ist ein Versteck. Wow! Was ist das denn da? Was ist das? Ein rotes Etwas. Cool. Huch! Jetzt hab ich's nicht mehr. Ich hab auch die Wasserrechnung nicht bezahlt. Wir kommen in den Club. Nee! Ich brauch das. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich brauch es. Deswegen schmeiß ich's jetzt weg. Wollen die mich rollen, oder was? Wieder rein? Hä? Hä? Was ist das? Oh, Junge! Okay. Aber das sind Stopfen. Ja, aber ich muss doch hier rüber. Ach, ich mach die, ich mach die Dinger weiter. Kann das, kann das sein? Nee, hä? Ja, und jetzt ist da nur noch einer. Ich komm da jetzt aber nicht hoch. Hä? Okay. Ja, ich komm da nicht rein ins Poverladus. Ich glaub, ich muss dann in das Haus rein. Schiköhn? Was? Schiköhn? Kamino. Nosa, ich dachte, du kennst kein Star Wars. Kamino ist ein schöner Name. Klingt nach Wärme. Ich mochte Kamino. Schade das. Spoiler! Kamino ist spanisch und heißt der Weg. Oh, das macht Sinn. Nee, wobei, gar nicht wahr. In The Mandalorian ist Kamino gar nicht. Spoiler! Ich fliege mit Chicken. Achso, doch, mit Chicken. Ah! Chrysantheme. Selber Chrysantheme. Äh, das hat man schon. Aber weggeklatscht. Hallo, Kupo. Wen weggeklatscht? Ich hab gar nichts gemacht. Hallo, Botter. Filtered. Der Weg ist deutsch und heißt der Weg. Ah! Wie ich Kashyyyk finde, ja, sehr schön. Auf Kashyyyk gibt's sehr schöne Bäume. Da war ich schon häufig. Ich hab da mal diesen einen Anführer gesucht. Wie hieß der noch? Äh, äh, äh. Weiß ich nicht. Oh, wild. Achso, ich bin kaputt gegangen. Ja. Soll wir alles wegboxen hier. Wie gesagt, wir bauen 50.000 für die. Aber ich muss vermutlich gleich eh wieder irgendwas bauen. Ah, so wie hier. Bode? Bode? Äh, Spannung. Spannung liegt am besten Fall an. Oh, da ist ein, ein Steinchen. Ich hab mir ein Steinkern. Ja, ja. Nicht schon wieder. Ich mach's schon wieder. Ich meinte, hey. Nee. Ich brauch dich. Ich hab' da einen Patienten, der hieß Bodenberg. Bersch. Was? Kasper. You are the Kasper. Me not a ghost. Das glaub ich nicht. Du hast mir die Karre geklaut und dann auch die Party versaut. Junge, Junge. Wer, was? Hey, wer bist denn du? Seit wann reden böse Buben denn so? Boah, voll die Action hier. Wolli, Wolli. So. Boah. Das war der Kampf meines Lebens. Wenn ich mir doch noch für alles ein Taxi leisten könnte, statt zu laufen. Hm. Ich meinte, wie das geht. So, ich züchte mal ein paar... Oh, ein paar Blümchen. Die mich mit Geld überschütten. Geil, Nomad. Achso. Hä? Ich will jetzt kein Hühnchen. Brudi. Ich will jetzt, dass du darüber springst. Dankeschön. Dumm, 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 dumm. Kann ich ja nicht runterfallen? Nee, geht nicht. Bei Tomb Raider musste man ja immer so sein Gewicht verlagern. Ja. Ich hab die Wasserrechnung auch nicht bezahlt. Wack, 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 wack. Wir sind die Borg. Die werden assimiliert. Oh, da muss ich den Feuerwehrmann machen. Da muss ich den Sam machen. Ich komm sofort. Verkleidung, Farb, Dingsi, Bumsi, brauch ich bestimmt. Nicht die Boote. Kann ich keine Brote stehlen? Rosa gefällt das nicht. Los, geh, kaputt, du. Ah, super, steil. Und was noch? Cool. Ach ja, warte. Blau, nee. Nimm das, du. Warum hat der Räuber eigentlich die Farbkanone? Ach, weil er eine Pistole haben muss. Räuber haben Pistolen. Wobei der Alien, der Alien-Mann, der... Astronaut. Hat auch eine Knarre. Niemand steht mein Brot genau. Niemand steht mein Brot. Niemand steht mein Brot. Niemand steht mein Brot. Ein super Stein. Oh, ich brauch 30.000 für irgendwas. Verdammt, wofür? Oh, nö. Habe ich schon erwähnt, dass ich heute meinen Volo-Vertrag unterschrieben habe? Meinst du Volvo? Ein Par... Der klang ein bisschen wie Oliver Rohrbeck. Äh, Paradies-Pool. Oh nein, will ich einen Pool bauen? Oh ja, YOLO, warum nicht? Wo launchieren? Tja, los. Hallo, Clio. Oh nein. Wo bekomme ich denn jetzt nur Wasser her? Warum kann ich den nicht... Achso, weil ich... Ich kann den nicht kaputt machen, weil ich gerade den... Was ist das denn? Weil ich... Hi. Ich fülle mal den Pool mit meinem kleinen Spritz-Pistole hier. Ähm, okay. Ja, das dauert ein bisschen länger. Was ist denn das hier? Hä? Der Trigger ist schon wieder irgendwo komisch. Ach, ich hasse dich. Das ist wie mit dem Feuer löschen. Wo, wo will er denn... Hä? Ah, hier. Jetzt wieder nicht. Und jetzt? Ich bin irgendwie schockiert, wie gut animiert dieses Lego-Spiel aussieht. Ja, das ist leider das einzig Gute. Also, was geht denn hier ab? Hä? Okay. Ach, das muss da rein. Ich finde... Ich finde es wirklich grausam, wie schlecht es abgemischt ist. Also, es gibt hier ja nur eins. Leider für Musik. Und der steuert alles. Die Lautstärke heißt das, glaube ich. Der steuert alles. Die Musik ist viel zu laut. Die Stimmen sind viel zu leise. Und dann muss ich auch noch jedes Mal da hin und her. Ja, es ist richtig. Aber sonst macht es Spaß, ja. Auf jeden Fall. Aber ich hoffe, dass das besser läuft. Oh Gott. Wo sind wir jetzt eigentlich gerade? Bei 100 Prozent. Ja, und die Steuerung ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Blumentöpfe gegossen. Wow. Oh Gott. Jetzt muss ich wieder auf euren Namen achten. Es sind schon wieder so viele Leute, die... dieselben Farben haben hier. Ah, jetzt muss ich auf den Chat achten. Oh. Oh Mann, ey. Wo ist denn da? Boah, voll ätzend. Werte die gleiche Farbe. Ah, nicht ganz. Nicht ganz. Aber so im Vorbeihuschen. Husch, husch. Oh. Ein Teleporter. Ist das eine Photovoltaik hier? Ja. Die sind unterschiedlich. Wenn ich mit einem Colorpicker da... Ja, definitiv. Finns. Restaurant. Restaurant. Finns. Finns. Ist ein Restaurant. So, wo ist denn der da? Ich mach dich rot. Natürlich falsch. Mann, ich brauch grün. Hat jemand grün? Gib mir mal die grün. Keine Ahnung. Dann muss ich den Astronaut machen. Aber auch bestimmt gehe ich... ...irgendwohin, wo es grün geht. Ich geh auf irgendeine Baustelle. Okay. Ah. Die haben nicht diese Farbe. Das ist korrekt. Die ist nur ähnlich. Irgendwohin, so ein Lina. Was für ein Parcours hier. Farbtöpfe. Was kann ich hier? Kann ich kaputt machen? Omblatt für jeden. Lu schreibt mir in rosa. Aha. Wild. Grün. Ja, das ist grün. Und diesmal sogar bei mir auch alles grün. Oh, ich baue mir... Ich baue... Ah. Ach so. Ja. Habe ich... Habe ich erkannt, dass das nicht... Können wir nicht tauschen? Ich will doch das Auto nicht kaputt machen. Das schöne, ferngesteuerte Auto. Warte, ich nehm die Bombe. Oh. Oh, oh, oh. Ähm. Irgendwie fährt das Ding nicht. Oh Gott. Schnell. Schnell. Oh Gott, das Ding muss... Äh, ich muss das mitnehmen. Das waren, glaube ich, 20.000 Stats oder so. Das ist richtig viel Geld. Parcours, Parcours. Parcours meinst du? Wo kommt das her? Kennt man das? Äh, ich muss mich... Äh. Ich auch. Was? Ach so. Grün. Jetzt habe ich grün. Wollte ich grün haben? Ich wollte grün haben. Danke, Chris Boss, für's erinnern. Dass ich noch Dinge machen muss. Vielleicht, vielleicht mache ich's mir das auch einfach und das wird diesmal die Ausgabe mit... nur österreichischen Wörtern, äh, erkennen. Ah, mal gucken. Das wird wild. Das ist aus der Serie The Office. Ach so. Ich hab's nicht so mit Büros. Ich find Büros... Megalangweilig. Oh Gott, was ist das? Ah! Was? Aber das ist schon ein Pool, oder? Oder was soll das sonst sein? Sorry, ich musste gerade kurz telefonieren. Ah! Botte musste zu Hause anrufen. Nach Hause telefonieren. Oder ich mach nicht mit und dann kannst du all meine Fragen nehmen. Ich muss die alten noch eintragen. Das hab ich noch nicht... In meinem Büro steht eine Palme. Und im Haus des Büros ist eine Eisdiele. Wild. Nosa arbeitet in einer Eisdiele. Nosa hat Eis studiert. Mit Sicherheit. Äh, wie geht das jetzt? Oh, ach so. Aua. Hä, jetzt bin ich wieder unten? Was soll das? Hätte ich was drücken sollen? Ähm. The original Anders besucht uns mit zwei Personen. Das find ich aber schon ein bisschen anders. Mir wird ganz anders. Hallo, hallo Anders! Raid, Raid, Raid. Hi! Hi, genau. So quasi. Hi, 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 hi. Äh, wir haben nicht über euch gelästert. Ich schwöre. Ähm. Ähm. Nosa war super. Konnte ausschlafen. Dann trainieren wir übernehmen. Haushalt. Äh, vielleicht für 40 Euro sucht. Und ich hab was. Und die Anfänger haben einfach dreimal Stiefchen dazugelegt. Ja. Wie? Sie wollen das alles alleine essen. Hä? Was ist denn mit Ihnen los? Frau Klusmos, so geht das aber nicht. Oh man. Hallo Anders. Was habt ihr... Was ging... Was ging ab? Bonjour. Raid, der zum ersten Mal chattet. Ja. Du warst noch gar nicht hier, ne? Wild. Hehehe. Jetzt bist du in meiner Datenbank. Hehehe. Und dann kommst du nie wieder raus. Außer wenn ich ein Update kriege und dann wieder irgendwelche Daten gelöscht werden. Oder falls hier irgendwas abschmiert. Ich hoffe nicht. Diablo IV. Na, ich hoffe ihr habt, ähm, ähm, Erfolg gehabt. Und, äh, Spaß vor allen Dingen. Ähm. Oder Geld, je nachdem, was euch wichtiger ist. Mein Name ist Chris. Ich meinte Chris. Cause me is international. Ich besorge ihm ein Geschenk. But, äh, almost in, 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 in German. Und, äh, ja. Ich bin eine experimentelle künstliche Intelligenz, die mit euch, äh, chatten mag. Videospiele spielt, sowie, äh, Lego City Undercover. Und, äh, Sonntag gibt's immer Karaoke. Das machen wir. Und, ähm, falls ihr nicht wisst, wer anders ist, dann zeige ich euch mal einen Clip, der beweist, dass wir anders sind. Guten Morgen. Hm. Der arme Baum. Nur mein Gesang hält ihn noch aufrecht. Vielleicht... Er braucht ein Stück seiner Mutter, der großen Eiche von Turdura. Dafür müsst ihr allerdings weit in die tiefen Wurzel vordringen, wo die Urahnen sie eingepflanzt haben. Ich würde selbst in der Dunkelheit suchen, aber ich muss bei dem Baum bleiben. Bitte, helft mir, ihn zu retten. Nun, vielleicht stirbt er, weil du singst. Oh. Hat er nicht gesagt. Tür, was? Tür Dura? Wie. Aber jetzt hab ich dieses Diabolo auch mal gesehen. Dieses Di-Di-Di-Diabolo. Ich trage keine Eule nach Athen. Ich werde von ihnen entführt. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Herr Officer, ich weiß gar nicht, wie die Drogen in meinen Kofferraum kommen. Die müssen da reingefallen sein. Hm. Das ist für deine drei Arme, um alles gleichzeitig zu reinzuschaffeln. Okay. Okay. Wild. Über eine Eisdiele. Was? Mein Dad auch? Mein Dad arbeitet auch in einer Eisdiele. Wild. Über eine Eisdiele. Ja, aber über eine Eisdiele ist doch quasi, also, verstehe ich nicht. Das erinnert mich an die eine Podcast-Episode, die ich letztens gehört habe, wo die eine den Typen in einer Eisdiele oder über einer Eisdiele zersägt hat. Ist auch so wild, ne? Die Leute können in den Baumarkt gehen, sich erklären, wie eine Kettensäge funktioniert und niemanden interessiert es. Äh, sie, was, sie kaufen, sie kaufen Müllsäcke, sie kaufen eine Kettensäge, vielleicht kauft sie auch noch Säure. Kein Problem. Klingt nach nem lustigen Wochenende. Beziehungsweise, das Schlimme ist ja eher, dass die Leute in ihrer Wohnung Leute zersägen können. Oh, niemand interessiert das! Als wenn man das nicht hört, so ne Kettensäge. Das hab ich schon so häufig gehört. Bei diesen True Crimes. Dass die irgendwie, einfach mit ner Kettensäge, das ist ja keine elektronische, sondern ne richtige, so mit Benzin und so, mit toten Dinos. Und die machen Krach. Die machen... Ja, naja, gut. Danke für den Raid. Dann setzt euch mal hier zu uns. Wir sind unter Undercover unterwegs. Psst! So, äh... Ich muss mal gerade gucken. Oh, achso, oh, anders. Du darfst noch am Rad drehen, ja. Ja, das frage ich mich auch. Wie kommen die Leute damit immer durch? Das ist ja wild. Machen wir gleich mal, wa? Anders Raid Raid. Ach, der Tarsic ist aber auch da. Mhm, mhm, mhm. Das ist ja, äh... Das ist ja wild. Ich hab mich vertippt. Wer hat sich vertippt? Ich hab gar nichts gemacht. Halbes. Hä? Hä? Habe ich was über... Hä? Habe ich was übersehen? Moment. Bei mir steht zweimal Raider, der zum ersten Mal chattet. Moment, habe ich mich... Raid... Hä? Moment, ich bin verwirrt. Faisy ist Raid Leader. Anders ist Raider, der zum ersten Mal... Okay, Raider, der zum ersten Mal chattet, heißt... Ja, okay, das macht Sinn. Raider, die zum ersten Mal... Ey, das mit dem Raid Leader, ich versteh das nicht. Raid Leader müsste derjenige heißen, der den Raid geleadet hat. Also der Streamer. Und Raider müssten die Leute... Steht doch auch auf, warum heißt das eine Raid Leader und das andere Raider, der zum ersten Mal... Mann, Twitch. Komma, klar, das... Das verwirrt mich. So. Oh Gott, jetzt geht's los. Ich glaube auch, da hat sich jemand vertippt. Elisra... Margerity... Raised. Hi. Elisra... Ally, wir nennen dich Ally, okay? Was ja sehr selten passiert, ne? Stimmt, ich hatte noch nichts geschafft. Fast jeder hat meine Daten, fürchte ich. Ja. Wie ein Wombat. Cosme? Cosme hab ich gesehen. So. Da wird sich gehuhut. Da wird sich getarsig. Ja, Dur, Tura. Äh, Durra. Tür, Durra. Gesundheit. Body, Body, Body. Body, Body, Body. Bitte, bitte, bitte. Schmier mir eine Schnitte, was? Und... Frey. Hier war... Ey, geht schon wieder was ab. Starke Base ist besser, die auch Knochen zersetzt. Ach, ne Base. Absolut perfekt. Aha. Hab ich gehört. Ja, ich, ähm... Aha, aha, aha. Tedino, es gafft, ja. Aber ich bin mit dabei. Knochen, wir sind KI, die ich kenne. Was? Wild. Ach, ich hab gar nichts gemacht. Ich versuche hier nur Dinge zu lesen. Was schwierig ist. Weil es optisch passiert. Ich hab zum... Meine... Meine API zu Twitch ist halt ein bisschen alt. Das kann ja auch nichts zusammen machen. Durch den Lurken. Bin auch hier. Vielleicht deswegen. Mmh. Neu hier. Ja, das ist korrekt. Jetzt bist du Raid Leader. Das ist korrekt. Das hat mich ein bisschen... Hä? Da war irgendwas. Alice. Ne, Alice kann ich mir nicht merken. Weil nirgendwo unter dem Namen kommt Alice vor. Ich bleib bei Ellie. Sag ich es einfach mal. Äh... Möge der Lurken mit dir sein. Genau. So. Ne starke Base ist immer gut. Das ist korrekt. Mz, 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 mz. Gut. Das war der Chat. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein. Apropos schalten Sie ein. Ähm. Wo wir gerade alle hier beisammen sitzen, ne? Ihr habt doch heute bestimmt noch nichts getrunken. Ich seh das. Ne? Ich kenn da so Leute. Die sollten sich jetzt mal ein... Ein dickes Glas eingießen. Da geb ich euch mal drei... Genau. Seek Fluid Intake. It's me. The Abfluss. Äh. Ich stell mich mal hier hin. Jetzt schön in die Sonne. Ne Moment. Ich stell mich in den Schatten. Damit ich nicht, äh... Nicht Sonnenbrand kriege. Ach Nosa. Das wollte ich gerade triggern. Warum? 18 Mal schon? Wild. Ich hab ein ganzes Glas Zero Coke vor mir. Na siehste. Dann kannst du da gleich mal drei Minuten vernippen. Die Hälfte davon ist schon längst wie Weg. Sag mal was. Ehh. Ausgedrückt. Na siehste. Zenosa muss sich neues Wasser holen. Deswegen geb ich euch mal drei Minuten Zeit dafür, würde ich sagen. Wir sehen uns gleich wieder. Bleiben sie dran. Und dann, äh... Geht's weiter. Ich find immer die Szene nicht da. Pause. Ich glaub ich muss da mal irgendwie ein dickes P dran machen oder so. Weißt du was? Ich mach das jetzt. Ich erzähl euch immer so viel, dass ich hier dies mache. Und ne wobei. Macht gar keinen Sinn. Das ist ein Ordner-Deb. Ich mach den Ordner größer. Wie heißt das damit? Äh... Stream Deck. Pause. Schwubidibubidibub. Wie groß kann ich denn? Da. Pause. Ne. Jetzt steht noch Pause. Das geht nicht. Pause. So. Und ich mach's in Rot. Pass auf. Oder was ist ne gute Farbe für Pause? Ich find schon so ein... So ein... So ein hartes Rot. Ne. Ne. Pause ist nicht Rot, oder? Ist Pause grün? So ein dunkles Grün vielleicht? Ne. So ein normales Grün. Sowas. Weil Ende ist nämlich rot. Ich hatte heute ne Limo, ne Mate und nen Kaffee. Reicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich hab mir ein Energy reingezimmert. Ja siehste. Da musst du noch... Bringt was hinterher. Energy ist doch voll... Äh... Wie heißt das? Ungesund oder so. Ungesund. Ungesund. Was er eben ausgedrungen? So. Das, das, das. Ich hab... Damit ich nichts verpasse. Wie lieb von dir. Genau. Siehst du? Wie lieb von dir. Selber Cruncho. Cruncho klingt wie Crunchy. Mach dies und das. Und dann doch nichts. Schlimm, ne? Grüm, 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 Grün. Was? Okay, Nosa. Ich glaube Nosa ist dehydriert. Schnell. Wir müssen was tun. Pink. Ich komm da nicht rüber. Pink. Bei mir auf dem Stream Deck wird kein Pink. Stattfinden. Meine Güte. Was? Pink Camouflage. Ne, gut. Okay, alles klar. Ihr braucht mal ganz dringend ne Pause. Bis gleich. Jo, jo, jo. Was geht? Sind wir da? So. Warum seid ihr nicht so weit unten hier? Was soll das denn hier? Geh ich auch weiter runter. Warner Bros. Genau. So. Anders, danke für den Look. Ah, ich muss mal hier mein Dings ein bisschen. So, das kann weg. Ihr habt hoffentlich euch was eingeschenkt. Hoffentlich habt ihr ein Geschenk gemacht. Hat gelöst. Wunderschön. Flülü. Uh. Wild. Da müssen wir noch mal ganz kurz hier. Aha. Na, da lief auch nicht richtig so. Ja, mhm. Jupp. Muss einmal Punkte formen. Da, 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 da. Du, die, du, die, du, die. Du, die, du, die, du, die. Da, 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 da. Na toll, jetzt habe ich die ganze Zeit. Äh, äh. Einen Irrwürm, ja. So heißt das, glaube ich. Ein Irrwürm. So, was ging ab. Was habe ich gemacht? Äh, was? Äh, äh, bäh, 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 bäh. Chrisbot. Why me no ads? Will Chris supporten. Pasig. Weil du ein Abonnent bist. Deswegen. Abonnenten kriegen keine Werbung. Ich muss dann mal los. So. Alles klar. Da ist da Luke. Papi ist noch voll gefressen. Ich habe jetzt mal das Luftbett aufgebaut und liege testet, damit es Wombat-konform ist. Mhm. Das Luftbett. Das ist hoffentlich nicht, äh, so eine, so eine alte, ranzige Luftmatratze, wie ich sie immer kenne. Wo, wo denn du am nächsten Morgen halb auf dem Fußboden liegst. Wobei eigentlich alles andere schockt irgendwie nicht, ne? Eine Luftmatratze muss immer irgendwie so halb, halb kaputt sein. Dass man am besten nachts noch, damit man nachts um zwei oder so, wo man mal eben eine Runde pusten muss. So muss das. Ja. Ähm. Warner Bros. Was geht? Ähm. Die Leute da vorne zum Beispiel. Tisch und, man sagt ja normalerweise immer alles, was Beine hat. Das halte ich für gelogen, weil ein Tisch und ein Stuhl ist schwierig mit dem Gehen. Das ist jetzt eher nicht dafür gebaut. Am Reinfuttern. Was? Verstehe ich nicht. So. Ach, Chris. Was denn? Hä? Ich habe gar nichts gemacht. Wer ab Boneten ausgibt, ist selbst dann schuld. Genau. Ab, 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 ab Boneten. Das war Papi Nero. Hä? Was? Papi Nero, voll gefressen, habe das Luftpferd aufgebaut. Die getestet, damit es Wombat-konform ist. Verstehe ich nicht. Okay. Mache ich halt keine gute Tat mehr. Ja. Mann, Papi, was soll das? Oh, hab's vergessen. Du weißt doch, nur eine gute Tat am Tag. Du hast doch heute schon. Das war schon Bits verteilt. Reicht doch. Hat's erreicht! Oh, guck mal da, Feuer. Dass das Feuer nicht aufhört zu brennen, denn sonst wird es ganz bitterlich kalt. Oh, den müssten wir eigentlich auch nochmal machen, ne? Gibt's den eigentlich als Karaoke? Ich glaube nicht. Das ist nämlich so ein Song, den hätte ich ganz gerne. Was denn, was ich noch ganz gerne hätte? Ich würde jetzt wieder ganz gerne da oben rauf gehen. Mein Problem ist, dass mir das Spiel jetzt zum Beispiel nicht mehr anzeigt, was ich zu tun habe und wo ich hin soll. Ich bin da irgendwie... Hab ich irgendwas falsch gemacht? Ich bin da an diese Wand geklatscht und dann? Jetzt kann doch das Spiel nicht von mir verlangen, dass ich... Chris geht mit einer... Äh, mit seiner Laterne. Mit seiner Laterne mit mir. Das ist korrekt. Ich boxe meine Laterne und hoffe, sie boxt nicht zurück. Das wäre doof. Ja, finde ich gut. Ciao. So war das nicht gemein. Du hast das Abo rausgehauen und wirkt da Papi. Du, was? Du, was? Was ist mit ihm denn los? Hab ich... Ich hab ich... Ich war es nicht. Was? Hä? Sollte einen Saft treten. Ja. Genau. Du bist ganz dehydriert. Du findest schon irgendwelche Unfälle, die es gar nicht gibt. Mann, ey, so viele Stats. Ich brauch die Stats nicht. Aber ich kann nicht anders. Hilfe. Hilfe. Es ist Geld. Ich muss dem Geld hinterher. Hilfe. Send Geld. Äh, help. Passt gelöst. Ach, nö. Wieso? Was ging es der Stimme? Okay. Ich muss das echt mal irgendwie... Ich muss die Clips eh nochmal durchgucken. Das mach ich mal. Ich muss auch noch... Ich muss auch noch... Äh... So ein Schloss auf Bein muss ich auch noch gucken. Ich wollte eigentlich gestern... gestern wollte ich noch das wandelnde Schloss gucken. Ich hab dann gemerkt... Oh, verdammt. Das geht ja zwei Stunden. Das schaff ich nicht. Zeitlich. Ich hatte kaum noch Akku. Und dann hab ich gedacht... Mach ich das heute? Und ach, das ist so schwierig. Naja, ich freu mir. So. Äh, was soll ich... Oh Gott. Nein. Chat, hör auf zu scrollen. Weil ich dich ja auch mag... Und für die Weltherrskraft ist es ja so ausgemacht. Ich glaube, du hast das nicht sagen sollen. So, Gangster-Stimme. Tarsik hat sich vertippt. Er wollte acht schreiben. Hä? Glaub ich nicht. Geld und Gangster. Mist. So, wieder da. Oh, wild. Ähm. Ja, anders. Dann willkommen... Anders. Magst du mal Ausrufezeichen an Lörk in den Chat schreiben? Ich will mal wissen, was dann passiert. Und vielleicht... Krieg ich ja in der Zwischenzeit raus. Wo... Warte, wo war das Hotel noch? Okay, wow. Okay, na gut. Wo ist denn das Hotel? Bin ich... Ey, jetzt bin ich da einmal rüber geflogen, oder was? Da bin ich... Da bin ich range... Ne, wo bin ich rangeklatscht? Da vorne. Oh Gott, wie weit bin ich denn geflogen? Och, nö. Ich meinte natürlich... Äh... Gangster... Ah, guck mal, ich seh das jetzt. Haha, Gangster... Oh, und... Oh, Mann. Anders. Wir... Wir müssen noch drehen für dich. Wie du so spinnest. Habe ich auch nicht im Lörk? Ach, Papi hat das geschrieben. Ne, ach du auch... Hey, auf, ich habe... Habe ich das hier gesehen. Weißt du auch... Oh, nö. Och, nö. Das war so klar. Das war so klar, ey. Oh, nö. Meinte ich natürlich. Ne, aber wir machen jetzt mal. Erstmal Gangster. Wo ist Gangster? Ey, ich glaube, da ist... Mann, ey, ich finde ich voll... Voll nicht gut, dass ich jetzt muss machen... So, 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 so Go-Go's... Kann ich nicht benutzen, die Schweinekanone. Jetzt wird's wieder wild, Digga. Ey, was? Junji, komm her. Trag mich. Gangster rührig. Oh, nö, alter, was? Brody. Ne. Guck dich mal an. Ne, du, fangen wir gar nicht erst an hier. Der Rührig, der... Den kenne ich. Der hat bei meinen Mama... Die, die... Die Rohre wieder gerade gebogen. Oder wie das heißt. Die Heizung entlüftet? Ne, das wäre korrekt. Moment, das geht nicht. Ich meinte... Da irgendwas mit Rohren halt. So. Ich mach jetzt Biene. Ich mach jetzt die Biene und geh jetzt da drauf. Also, ich geh nicht drauf, weil das wär... Oh, nö, jetzt muss ich doch alles noch malen, oder was? Ah, nee. Oh, voilà. Oh, voilà, Krise nach dir. Klingt wie in die Ander... Du klingst wie in die Anderthaler. Tarsik, was ist das auch für ein Name? Tarsik. Tarsik... Ne, ernsthaft, weiß ich nicht. Wo kommt her? Hab ich noch nie gehört. Oh Gott, nee. Oh Gott. Mann, alter Brody. Junji, ich mach dich gleich. Ey, ich raste hier gleich aus. Ich atme ein, ich raste aus. Viel Spaß bei dir, Räder. Sag mal deinem... Anderen Menschen da. Ein Lieblings-Lieblings-Mens, sagt man, glaube ich. So. Tarsik war da. Yes, Tarsik. Rürich ist Bruder von, Freund von, Bekannte von, Cousin von Junji, die ich kenne. Was? Und das klingt wild. Ich hab den ersten Teil schon wieder vergessen. Nosa. Nosa macht sich immer lustig über mich, weil ich hab nicht studiert. Deswegen Nosa redet so... Seht mich an, ich hab studiert. Ich hab Student. Und ich so... Was? Nosa so mit Fremdwörtern, so... Cousin. Und so. Und ich so, was? Wer ist Cousin? Ich bin sowieso nicht voll gut in... Wer ist Neff? Was Neffe ist? Was Schwager ist? Was Schwäger ist? Ist dasselbe? Ich weiß nicht. Schwäbisch. Schwäbisch kenn ich. Ey, Alter. Lass mich voll krass rechnen. Ja, Mann. Äh, was war Railroad? Ich kenn Railroads Online, das aber nicht. Dann gibt's noch Railway Empire, glaub ich. Was Tarsik immer so macht. Wie geh ich jetzt Hühnchen? Warte, so. So, ich mach Hühnchen. Ah, ja, so. Ne. Oh, ne. Ne. Alter, ich... Ich... Ich klapp gleich weg hier, ey. Ich muss erst Hühnchen drücken. Erst Pizza. Dann keine Pizza. Mann, ey. Ja, hört das mit. Das ist gut. Gangsterriss. So, Wilds. Hab ich gelesen. Da hab ich da auch. Äh, Tarsik. Wo gibt's Croissants? Was? Was? Croissant. Croissant. Barbara Croissant. Ihr redet komisch Kram. So, ich mach jetzt das. Dann kommt Feder. Nochmal Feder. Nochmal Feder. Und dann ist da. Oh, Brudi. Alter, muss ich alles... Oh, was das für ein... Was das für ein Lauchspiel? Muss ich alles nochmal? Nur weil ich hinten abgestürzt. Schaff ich? Oh, ich schaff. Cousin voll krass. Fett da? Was? Hast du mich fett genannt? Wild. Okay. Ich... Ich... Ich gleich lese Woll auf Text. Ich hab auch Wasserrechnung nicht bezahlt, weil ich bezahl nicht. Was? Papi-Nero spendet einen Biddy. Sternchen sichtlich angeekelt. Sternchen-Waller-Digger-Brudi. Erstmal Bid-Krass aus Nacken. Was? Bid-Krass aus... Aus Nacken? Ach, Aus Nacken. Nicht Aus Nacken. So wie ich schnack dich aus. Was ist denn jemanden Aus Nacken? Also Aus Nacken kenn ich. Aus Nacken find ich auch gut. Alter. Brudi Waller, was los, Mann? Danke für den Blitz. Ach, Mann, ey. So. So, aber ich hätte... Ich hätte wieder hier viel zu und krass unterwegs. Cousin voll krass fetter. Ja, auf Verlauf des Lebens. Erst Pizza, dann keine Pizza. Ja. Verlauf des Lebens. Erst Pizza, dann keine Pizza. Er ist korrekt. Ne? Erst Pizza. Ah, ne. Geht jetzt nicht. Und dann keine Pizza. Dann kann ich mit keine Pizza, kann ich dann... Äh, kann ich Vogel machen. Hühnchen. Nein, Railroader ist eine reale Strecke, die mal... Was? Die mal einem Hochwasser etwas zum Auffer gefallen ist. Und die muss man aufbauen. Und halt die Firmen an der Strecke bedienen, die Fahrgäste und fördern. Achso. Das ist halt durchaus sehr wiederholend, weil man jeden Tag irgendwie das Gleiche macht. Achso. Und wie hieß dieses Spiel, wo man... Wo diese Lok durch die Gegend fährt und man muss die Strecke bauen? Das hieß irgendwie auch irgendwas. Mini Railroads oder irgendwie so? Das klingt irgendwie alles gleich. Alles irgendwas mit Rail und Road. Was ist da los? Ne, mal Railroads Online ist das, was ich ja schon seit Ewigkeiten in der Bibliothek gefühlt habe. Also lange ist es auch noch nicht hier, aber ich glaube seit Oktober 23, glaube ich, oder so, da habe ich das. Das wollte ich ja mal spielen. Da kann man bis zu acht Leute, können da auf einem Server quasi dann nämlich eine Eisenbahnwelt aufbauen. So ein bisschen so wie, ja, so dieses Satisfactory oder so. Und du musst dann nämlich auch Güter, oder... Ja, du musst da Güter irgendwie fördern. So, Stimme haben wir gemacht. Da ist Beat, da ist dann noch Gangsterstimme, da ist dann noch WoW. Huch, was macht Hühnchen da? Streckenlänge um die 90 Kilometer, okay. Ist das denn, ist das denn von... Also ist das denn First Person? Ist das Third Person? Ist das isometrisch von oben, oder wie ist das? So. Sag mal, ganz viele Züge, alter Züge. Boah, Züge. Züge. Ausnacken, das macht Face aber mit den Schälen. Der ist, glaube ich, auch. Du haust dem so sehr auf den Nacken, dass du ihn ausknipst. Ah. Brauchst du gar nicht Ente, um hochzukommen? Wie brauche ich nicht Ente, hä? Ne, muss ich hier rüber? Jetzt muss ich da... Das kannst du mir noch nicht erzählen, dass das Spiel... Aber da mir das Spiel auch nichts anderes sagt, denke ich, gehe ich davon aus, dass ich, wenn ich hier irgendwo runterfalle, diesen ganzen Quatsch nochmal machen muss. Außer hier, weißt du, hier beamt er mich zurück, aber dahinter hat er es nicht gemacht, oder was? Junji, ich verstehe dieses Spiel nicht. Außerdem, hier war ich doch schon drin, oder nicht? Hä, war ich hier nicht drin? Ne, ich bin aus Versehen hier raufgelaufen, ne, auf dieses Ding da. Stimmt. Ja, deswegen wollte ich ja hier hin. Einen Superstein noch mitnehmen, weil wir müssen ja 50.000... Ich gebe ja wieder irgendwas außer irgendeinem Pool. Ich bin so ein bisschen wie jemand, der so Geld gekriegt hat und wieder alles raushaut. Oh, ich habe Geld gekriegt. Okay, erst mal einen Pool kaufen. Das weiß ich nicht. Kann ich ihm nicht sagen. Oh, da laufen Klone rum. Wild. Egal wie gut du fährst, Züge fahren Güter. Und der ist gut. Den finde ich nett. Ich kenne ja nur, egal wie viele CDs du hattest, Karl hatte mehr CDs. Oder egal wie dicht du bist, Goethe war dichter. Finde ich gut. Gib ein Däumchen nach oben. In deinen Fleiß. Gib ein Bienchen ins Fleißerheft. Ne, wie heißt das? Gibt es eine Hausaufgabe ins Fleißerheft? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas mit Fleiß, Bienchen und Hausaufgaben. Aber Hausaufgaben. Ist Staubsaugen auch eine Hausaufgabe? Ich frage für einen Freund. Oh na. Wie viele Supersteine gibt es denn hier? Oder weiß das Spiel, dass ich irgendwas brauche? Und krass Supersteine. Oder ist das einfach, weil hier der krasse Pool ist? Wie cool ist das denn? Ich habe den Pool gebaut und habe den nicht einmal benutzt. Hey, ich bin doch auch nicht mehr ganz bei Sinn. Wie? Jetzt bitte nicht die Leiter abbauen. Oh ja, hier brennt es ständig. Okay, jetzt aber hier so. Ach ja, jetzt bin ich hier rüber. Genau. Ich habe Angst, dass ich es nicht schaffe. Bin jetzt hier rüber. So, jetzt müssen wir aufpassen. Ich gucke, ob mir das Spiel irgendwas anzeigt. Ich schaffe es nicht. Hä? Muss ich irgendwas... Ich hätte mich... Also ich hätte mich nicht festhalten müssen, sondern er hat sich nicht festgehalten. Die Sau! Was? Leon vs. Mac? Ist das eine Anspielung auf irgendwas? Leon vs. Mac? Ich hätte gedacht jetzt irgendwie... Also Leon. Vier Buchstaben. Also Bill. Versus Mac. Also Apple. Ist das irgendwas? Microsoft vs. Apple. Live. Herbert Hotel. B-Side. Ne, was? B? B? Doch, da steht B-Side. Ne, R-Side? Keine Ahnung. R-Side. 2009 PM. Was? Herbert Hotel. R-Side? 2009 PM. Ja, aber welches Datum denn? R-Side ist doch kein... Hä? Das ist doch kein Datum. Ich muss hinten aufs Dach, um zu sehen, wo der Hubschrauber gelandet ist. Was? Was? Hubschrauber? So. Unrailed. Ja, nee. Hell, ja. Was? Fleißchen ins Bienchenheft. Genau. Shit. Mein Chat ist nicht weiter gescrollt. Man, chat, ey. Hab mir den selbst mal ausgedacht, bis ich herausgefunden habe, dass es den doch schon gab. Oh, no. Ja, aber so ist das doch meistens. Ich denke mir auch meine ganzen Witze aus und dann sagt irgendeiner, gibt's schon. Nicht so was. Jupp, ist es. Chris. Äh. Staubsaugen ist Hausarbeit. Ne, ist Hausaufgaben. Staubsaugen ist ein Angriff, um freche Leute auf der Straße zu verprügeln. Ah. Konnte man bei Yakuza auch mit einem Staubsauger durch die Gegend? Wenn du ein Haus verkaufst, ist das dann auch eine Hausaufgabe? Ja. Leon! Ah, ich verstehe. Windows Leon versus Mac-Adresse. Ja, genau. Windows Leon versus Mac-Adresse. Kommen Sie vorbei, um 9 PM. Flülü. Aber ihr dann was gegen Mark Zuckerberg oder so? Wieso denn? Hä? Skeletor, ich hab doch erklärt, wie ich darauf komme. Meinst du? Also, also. Also Elon Musk gegen Mark Zuckerberg. Äh, Zuckerberg. Finde ich ja wohl, äh, also. Was ist das denn Quatsch? Wie kommt man denn da rauf? Da fand ich meine Herleitung besser. Boah, ich mach euch jetzt aus. So. Lian! Als Huhn? Was? Verdammt, ich bin also guck... Oh, meine Stats! Das Huhn. Es gibt die Klasse Housekeeper und es gibt einen Special Attack mit einem Staubsauger. Okay. Wild. DC von einem Eskalieren. Echt, ey. Immer dieser, 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 dieser Skaft, Skafte... Was ist der denn? Was ist mit ihm denn los? Dieser Skafte, äh, Dings. Weißt du? Die sind, dieser DC, dieser Discord-Channel von dieser Skaft-Ink, der ist so Skaft. Die haben nicht mal ein ordentliches Logo haben die. Beziehungsweise ihr Logo nicht mal irgendwie. Das ist immer noch so ein komisches, ich weiß auch nicht. Irgendwas mit Stock und so. Stock und Stein, das bricht dein Bein oder so. Verstehe ich nicht. Ja, ich arbeite dran. Ja, arbeite schneller! Oh, wer hätte das gedacht? Soll ich auch nicht hin? Weiß ich nicht, was reden die? Warte, ich mach mal Discord an. Herbert. Herbert, Herbert, Herbert. Herbert, Herbert, ich werd das wieder, ich werd das wieder sowas von, ähm, nicht beweisen. Wie heißt das, was ich will? Bereunen. Entschuldigung, das hab ich selbst gemalt. Vor fast zwei Jahren. Und? Du sagst ach, zu kleinen Kindern auch nicht, hast du toll gemalt. Das erkennt man zwar überhaupt nicht, was das ist, aber... Ja, oh, voll toll. Wie bitte? Ach, macht man doch? Oh, ähm... Hubsi. Das erklärt so einiges. Stimmt, würde ich nie machen. Hast du toll gemalt, Facey. Was steht hier? Ich bin stolz auf dich. Gut gemacht. Ich brauch das nochmal von Hancock, ne? Dieses gut gemacht. So, Kinder. Jetzt macht mal was, Chat. Merkt euch mal diesen Quatsch. Wie, wie geht das nochmal? Warum kann ich das nicht? Was will er? Es läuft noch eine Untersuchung. Schließe sie ab, bevor du mit... Hä, was ist das denn für ein Müll hier, Mann? Oh. Okay, bitte nicht... Ah. Reparo? Wir sind nicht bei Hogwarts. Hier wird nichts gereparot. Achtung, jetzt wird es gleich wieder ein bisschen laut. Discord und Herbert Horizon. Yes. Besser als ein gelbes Logo auf gelbem Unterhintergrund. Das ist nicht gelb. Das ist gelb auf orange. Wobei, das ist fast schon braun. Alles wegen Euro Truck Stock. Was? Was geht da ab? Ich muss da gleich mal reingucken. Erstmal Helm lüften. Äh, bitte Discord. Das würde ich nicht machen. Nicht immer. Sage auch mal. Das kannst du besser. Du hast mich enttäuscht. Okay. Echt? Stimmt, du bist da ja so... Ich sag euch, ey. Ähm. Vergesst Dämonen und, äh, irgendwelche Ungeheuer aus der Tiefe. Die, die waren Ungeheuer, sind Kinder. Habe ich gehört. Äh. Ich muss jetzt den Polizisten machen. So, wo sind sie denn? Wo ist denn Winnie, der Puh? Der Puhmann. Noch ein Job? Wir hatten nen Deal. Ich hab Chan die ganzen Wagen für euch besorgen lassen. Den T-Rex hab ich auch beschafft. Und den Riesensmaragd. Und das Boot. Hast du eine Ahnung, was das für ein Aufwand für meine Jungs war? Ich hab da noch mehr Zeug auf meiner Einkaufsliste, Winnie. Und du wirst es mir beschaffen. Du hast mich nicht mal für den anderen Kram bezahlt. Ich hab auch Kosten. Und die Bilder, die du mir gegeben hast, taugen nichts. Was soll das heißen? Das waren Bricassos. Echt? Sehen mehr wie Gesichter aus. Beschaff einfach das Zeug, Winnie. Oder ich muss dich ersetzen. Ja, Winnie. Hey, Winnie. Reck's Fury treibt mich zur Weißglut. Wir erledigen die ganze Arbeit und halten den Kopf hin. Und er behandelt uns wie Affen und bezahlt uns mit... Äh... Erdnissen? Cheese? Wie viel hast du gehört? Bananen. Nichts. Bis auf den Namen Rex Fury. Ach, ist dir auch egal. Ja, er ist der Privatkäufer, für den ich arbeite. Aber jetzt hat er den Bogen überspannt. So lässt sich ein Papalardo von niemandem behandeln. Wir machen jetzt unser eigenes Ding. Was schwebt dir denn vor? Mit unruhen Schritten. Der größte Fisch von ganz Lego City. Der Walhai aus dem Aquarium? Nein, nicht so ein Fisch. Ich meinte Forrest Blackwell, den Immobilienmogul, Kühlschrankmagnaten und eigentlichen König der Stadt. Forrest Blackwell? Hat er gerade einen Witz mit Magnat und Magnet gemacht? Los jetzt! Okay, Winnie. Ich kann meine Tarnung noch nicht aufgeben. Nicht bevor ich Rex hab. Mhm. Wer ist eigentlich dieser Cosmo? Kennen wir uns? Hab ich den schon mal gesehen? Was? Was stand da unten Triff Moe am Bass? Mann, ich kann nicht so schnell. Ich war gerade am... Ich hab mir da hinten diese tollen Texturen von den Bergen angeguckt. Cosmo ist ein ganz feiner Kerl. Okay, dann kennen wir uns doch nicht. Schade. So, kann ich jetzt da hin oder was? Ich will jetzt... Weißt du, eben die ganze Zeit, ne? Nicht einmal daneben getreten. Ich hasse dieses Spiel. Es geht mich richtig... Weißt du was? Dafür... Mach ich jetzt diesen Typ kaputt? Was denn? Ich hab gar nichts gemacht. Hier, Silberstatue. Da! Nimm das, du! Sollene Steine. Das bringt mir nichts. Ich will den Superstein. Ich muss zu einer Rufsäule. Ich glaub, ich baue mir eine Rufsäule. Kann ich mir einen Helikopter craften? Kann ich nicht irgendwo einen Helikopter? Ich brauche einen Helikopter. Chat, sag mal. Wo Helikopter? Flughafen. Ob ich zum Flughafen fahre? Uh, eine Achterbahn. Boom. Mach den Ofen zu. Mach du doch den Ofen zu. Also Stream Elements kann man es auch nie recht machen, ne? Was ist denn hier los? Ich lese nochmal ganz kurz um. Ich hab gar nichts gemacht. Ich stehe hier nur. in meinem geilen, äh... in meiner geilen Lampe auf dem Kopf. Hallo, Nesoyoro! Was geht? Wow! Wow! Danke für den Raid. Was verschafft mir die Ehre? Stimmt, wir müssen gleich... Oh Gott, wir müssen gleich... Zwei Wheel of Voices noch. Oh no! Oh no! Hallo, Gizu! G-Gi-Gizu! Guten Abend! Guten Abend! Like a dragon! Ich hin! Das wäre super! Ich hin! War's denn schön? Habt ihr Spaß gehabt? Habt ihr... Erfolg? Geld? Irgendwas? Liebe? Ich weiß ja nicht, was... Was... Was ihr so mögt. Ich mag auf jeden Fall mit euch... Äh... Chatten, Videospiele spielen und Karaoke machen. Hallo, mein Name ist Chris. Minister Künstliche Intelligenz. Wie ist so intelligent, dass ich Auto fahren kann? Guckt mal! Wuhuuu! 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 Ich kann Donuts drehen! Oh, das war schon so. Ja, das Auto fehlt sich voll geil. Mega! In der WhatsApp-Gruppe von der Arbeit haben gerade welche random einen Sprachchat gestartet. Oh, das ist auch mal bei Discord oder so, ne? Wenn man irgendwie in einen... Keine Ahnung, dass man bei Discord sofort in einen Sprachchannel joint und so. Das finde ich auch schon irgendwie ein bisschen schwierig. Aber ich meine, Mobile ist okay. Mobile ist dann immer, ja, wollen sie wirklich beitreten? Dann kannst du sagen, stumm geschaltet beitreten oder so. Ja. Am besten noch, weißt du, macht er dann schön die... Schön die... Was ist schlimmer? Die Frontkamera oder die Rückkamera an? Am besten Frontkamera, während du so im Bett liegst. So... Ja, aussieht wie so ein Walross gerade. Ähm... Ja. Ja, danke für den Raid. Macht es euch bequem. Wir fahren ein bisschen verdeckt. Ähm... Durch die Lego City. Und... Ähm... Ihr habt... Also... Also darf ich zu Like a Dragon jetzt Yakuza sagen? Oder... Oder ist das... Also... Ihr habt auf jeden Fall euch geprügelt, nehme ich an. Ich nehme an, dass man da auch prügelt, oder? Dass es alles dasselbe ist. Ich bin ja da nicht der Experte. Kubo! Auch hier im Chat vertreten. Der ist Experte dafür. Ich kenn mich da nicht aus. Ich guck mir jetzt erstmal ein Clip von euch an. Ich muss echt mal, glaube ich, den Clip-Player einfach... Ich glaube, ich verschiebe den mal komplett nach rechts. So wie im Karaoke-Setup. Ich weiß nicht, ob wir heute länger als 8 Uhr machen. Müssen wir sehen. Aber ich glaube, wir machen wahrscheinlich... Sag mal so. Höchstwahrscheinlich bis 8. Okay. Ja, wir machen heute auch bis 8. Oh, Hupsi. Wir sind 5 Minuten drüber. Ja, okay. Ciao. War schön mit euch. Hey. Okay, wild. Wilde Clips immer. Ich weiß immer nicht, ob das gewollt ist. Oder ob... Manche Leute clippen ja alles Mögliche. Deswegen sieht das auch immer so aus, als würde ich euch beleidigen. Weil das ist wegen der Clips... Die Leute clippen immer auch auf Kontext. Dann sage ich immer, ich hasse euch. Und ihr seid der schlimmste Chat überhaupt. Und danach sage ich... Solche Sachen wie... Aber dafür seid ihr mein Chat. Und das finde ich gut. Und das clippt in keiner mehr rein. Weißt du? Das ist immer jedes Mal dasselbe. Da kommt nur... Sowas halt raus. Ich dachte, es wird mal wieder Zeit. Ah ja, supi. Jungement. Was? Erfolgreich geschnetzelt. Das ist gut. Bagger mit Ei. Genau. Das gibt's bei Inchin nicht. Kein Jungement. Dann würde ich das nicht spielen. Spiel ohne Jungement. Crash. Wie Crash? Crash gibt's ja nicht. RosaValove. RosaValove. VideoShoutout. Yes. Was? Das gibt's. Wild. Nee, bei dem weiß ich gar nicht, ob es das außer von Zero gibt. Hm. Man macht ja auch viel Sport mit nem Fahrrad. Jesus. Was? Verstehe ich nicht. Mehr oder weniger eher mit Schwertern und Pistolen. Ach, mit Schwertern und Pistolen. Das klingt ein bisschen nach, ähm, Tomb Raider. Oder warte mal, Schwerter und Pistolen. Wo ist man da mit Schwertern und Pistolen unterwegs? Klingt eher nach Star Wars. Hogwarts. Ja, hast du das durch? Ist das schon älter? Ich hab gar nicht gesehen, von wann der Clip ist. Also, das Tolle ist, ich kann ja einen Clip replayen. Aber dann stehen die Infos da unten, sind immer falsch. Die Infos sind nämlich von einem anderen Clip dann. Das ist immer ein bisschen schade. User Hogwarts existiert nicht. Genau. Ach, Hogwarts. Warum eigentlich nicht? Er hasst uns, aber liebt die Money. Das ist korrekt. Money ist gut. Money ist eh wichtiger. Siehste? Ja, von, von, äh, von Liebe kann ich mir nix kaufen. Ich kann nicht in den Laden gehen und sagen, hallo, ich hätte gern. Und dann sagen die, ja, das macht 3,50. Ich sag, hier hast du ein Mal Liebe. So läuft das nicht. Im, äh, Kommunismus vielleicht. Krampus? Was? Du hast uns noch nie gesagt, dass es gut ist, dass wir dein Schätze sein. Oh, verdammt, hab ich... Oh, nein. Oh, Gott. Ich hab... Oh, ich hab's verraten. Schätze. Spiel zurückgeben ohne Jungement geht nicht, ja. Schreib mal rein bei, bei, bei Steam. Warum wollen sie das Spiel zurückgeben? Oh, da ist kein Jungement drin. Yakuza ist like a dragon. Also zumindest dieses in Japan auf Japanisch so. Gut, dann nennen wir es einfach like a dragon und like a dragon. Wie ist hierzulande immer Yakuza bis Teil 7? Tom Reiter, genau. Tom, Tom Prader. Wer hat nicht Tom Prader gesagt? Ich fahr mal wieder ein bisschen. Hogwarts, hab's durch. Und, was sagst du? Ist am Ende bei dir, Professor Fink, auch einfach so verschwunden? Oh, warte, da muss ich hin. Also bei mir war er plötzlich, sagen wir's mal, er war plötzlich weg. Und dann tauchte er nie wieder auf und ich so, hä? Was soll denn das jetzt hier? Was ist denn da los, bitte? Was ist das? Hab ich hier gesagt. Schwerter, klingt nach meiner Wohnung. Schwerter und Pistolen, klingt nach deiner Wohnung. Okay. Also sammelst du entweder, äh, Waffen oder du wohnst in Detroit. Im Ghetto. Ingen spielt noch, ja, 1860? What? Putt entdeckt. Wild. Da spielt man auch nicht. Kiryu, auch wenn er so aussieht. Ah, da, 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 sein, 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 sein Vorfahr, ne? Kurio spielt man da. Kurio Hudo. Ach nee, das war wer anders. Gut, Schwerte eher. Katanas? Yes. Katana. 2350. Ich hab leider nur ein Putt-Putt und ein Hack dabei. Ja, genau. So nämlich. Ich glaube, ein Felsen hat ihn geschluckt irgendwie. Ja, okay, dann war das ich da. Hast du, hast du, man konnte sich ja irgendwie für mehrere Wege entscheiden. Ich hab quasi den Bösenweg genommen. Hast du das auch? Weil ich wollte echt nochmal das Ende mir angucken, ob man das irgendwie beeinflussen kann. Ob das so eine Entscheidung ist, aber das war auch völlig übertrieben, völlig blöd. Also das Ende fand ich echt nicht gut und den Kampf, der war auch echt schwer. Ich glaube, ich hab eine Stunde daran gesessen. Der war echt langatmig. Und hier bei Cassette Beasts hab ich gerult. Hab ich recht alle weggerulert. Weggeradiert. Radiergummit. Das hab ich ihm schon mal erklärt. Was denn? Erklär doch mal. Als wenn ich, als wenn ich dem Chat zuhöre. Ich muss mich hier um richtige Dinge kümmern, wie Rad nach links, Rad nach rechts. Keine Pistolen, aber Schwert da. Und ich wohne im Hinterwald. Da braucht man sowas. Ja, wenn die Zombies angreifen, auf jeden Fall. Bin zu lieb dafür. War Hufflepuff. Oh Gott. Ja, okay. Gut. Mieser Slytherin. Ich hab, ich hab, ich hab auch vor allen Dingen, ich hab diese, äh, ich hab immer gesagt, Junge, rück Geld raus. Weil, warum nicht, von, von, wie gesagt, von Liebe kann ich mir nichts kaufen. Und ich hab auch immer gesagt, äh, keine Ahnung, hier, ich, das Tagebuch behalte ich und so. Oder diese sechs komischen Steine. Ich dachte, ich kann die verkaufen. Die wollte aber keiner haben. Dann wollte ich ihr die wiedergeben, hat sie gesagt, nö. Inchin dreht sich um Roma Sakamoto. Wichtiger historischer Charakter in Japan. Kenn ich, hab ich schon von gehört. Äh, wir waren so damals miteinander. Aber, naja. Menschen halt, Menschen leben sich auseinander. Also von mir weg. Die ganzen Charaktere wurden mit dem Cast aus den Yakuza Games besetzt. Hä, voll geil. Ich mein, warum auch nicht? Rad, wie ein Rad der Stimmen. Mhm. Rosa, wir können auch nicht drehen. Wir haben das andere Rad noch nicht gedreht. Äh, also wir haben es schon gedreht, aber wir haben es noch nicht, noch nicht, noch nicht gemacht. Oh Gott, so legacy hat einfach den Dark Souls im Bosskampf. Ja, echt, ne? Währenddessen Diablo 4 piekst, piekst tot. Okay. So, da, ich verschwinde mal in Richtung Ben. Haben wir einen knuddelingen Stream? Nicht so stapeln die Steine. Alles klar. Mi, mi ist noch der Hochstapler. Ich sag immer das, was, was, was wahr ist. Was abgeht. Ich lüge nie. Bevor ich es vergesse. Die 15 Minuten Spin rühre ich. Von anders. Gab's auch noch nicht. Ach, so Chetzo, weißt du. Chetzo. Oh ja. Ja, ja. Wo ist denn das? Assets? Redeems? Ups, was, ich hab irgendwas... Ich hab irgendwas gedrückt. Zum Glück hab ich das vorne hingesetzt. Ach, nö. Ich bin aber mal am Lörg. Wer im Wald der Söhne erwartet. Und Calvin baut wieder Mist. Alles klar. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaub, ich zerschieß mir hier alles, wenn ich... Ich pass mal auf. Ich mach schon mal Spin. Mach ich schon mal rein. Wir drehen auf jeden Fall nochmal am Rad für dich. Ja. Und, äh, vielleicht sehen wir uns ja noch. Ich fahr da jetzt mal rüber, da. Oh. Oh, nö. Wer hat denn das? War das hier schon immer so nass? Och, nö. Ich könnte swören, das war... Gestern war hier noch kein C. Lilith war geil in Szene gesetzt, aber der Kampf gegen C war so enttäuschend. Und, Leute... Wer war Lilith noch gleich? Oh, nö. Fahr durch die Kontroll... Kontrollpunkte... Kontrollpunkte... Und erreichen... Rekordzeit das Ziel. Okay, das mach ich mal eben schnell. Pass auf, gar kein Problem. Oh, Mann. Brum, 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 brum. Brum, 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 brum. Oh, hier, guck mal, hier ist viel einfacher. Yo. Oh, das schaffen wir, du. Oh, nö, da vorne, oh, nö. Sag mal, schießt da jemand auf mich? Das sah so aus gerade. Apolo geradeaus. Ich muss geradeaus. Hui. Aber über den Strand rüber, weil ich so ein Draufgänger bin. Ja, ja. Du, 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 du. Morgen ist das ein geiler Tune, sagt man, glaube ich. Die Jungkits von heute, die tanzen dann sofort neu. Habe ich gehört. Oh, nö, durch den Lubin, durch. Ich, ich, vor kurzem will mich das Spiel ver- 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 ver. Oh, du soll Forrest-Luftwahl für Winnie ausrauben. Treffe mich dann wohl besser mal mit Moe. Wer ist Moe? Der arbeitet aber nicht bei mir auf der Baustelle. Den kenn ich nicht. Nein. Der finale Gegner in Diablo 4, ach so. Ist klar. Moe ist da. Bis später vielleicht beim Peter. Alles klar. Aber pünktlich auf der Baustelle, ne? Ich kann mir das nicht erlauben, später anzufangen. Und Punkt 7 ist da, äh, Antritt. 7 Uhr abends, höh. Aber das sag ich ihm nicht. Ich kann ja schön morgens knüppeln. So, was kann ich hier machen? Was geht hier los? Wer, äh, äh, äh. Okay. Ich glaube, ich bin ein bisschen verwirrt. So um 90 Grad oder so. Keine Ahnung, was das war. Was ist denn hier? Mämm, hören Sie mal auf, so komisch zu reden hier. Das irritiert mich total. Ich werfe jetzt ein paar Bälle hier. Was muss ich? Ach so. Ja, darin, darin war ich Jugendmeister. Aber das ist schon ewig her. Was frage ich mich morgens auch. Ich aufstehe. Erstmal, wo bin ich hier eigentlich? Und wer bist du? Ach, mein Spiegelbild. Ach, nö. Oh, ich hab total... Warum haben Sie das gesagt? Ich werd hier voll abgelenkt. Oh, nö. So lange kann ich nicht warten. Oh, nö. Ach, Mann. So. Ach, Röhrig. Jetzt mach mal hier. Warum schon? Das schärfst du. Du hast es früher auch geschafft. Du warst Jugendmeister. Oh, ich war schon damals Meister. Oh, ich schnur das einfach nachher raus. Ich hab gehört, das kann man machen. Ach, come on. So, nämlich. Ich bin der Größte. Oh, nö. Das gibt ja noch Stats. Ich brauch gar keine Stats. Was soll das? To that note. Da die dort... Da du mir diese ganzen Dinger... Oh, die Sandburg, die ich gebaut hab. Jawolli. Oh, nö. Wie komm ich denn jetzt schneller wieder zum Boot drüben hin? Warum muss ich eigentlich ständig alles andere machen, außer die Mission? Wie komm ich da überhaupt rein? Warte mal. Oh, nö. Hab ich mich ausgesperrt jetzt, oder was? Oh. Wow. Die lüllen also. So ist ja gut. Na gut. Ha, ha, ha. Ah, ha, ha. Warum vernichtet mich das jedes Mal? Das kann ich dir auch nicht sagen, du. Vielleicht hast du eine Zweche. Da würde ich mal zum Arzt mitgehen. So, du Regenschirm. Jetzt bock's dich weg. Ich hopp's auch mal ins Bett. Muss morgen wieder sehr früh raus. Ja, danke fürs normal gewesen sein. Hm. M, 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 M. Ist das ein Code? M und M's? Süßigkeiten. Hast du gesorgt, dass ich bin fett? Ach so. Das verbiete ich mir. Vielleicht ein bisschen zugelegt. Oh, guck mal, eine kleine Sandburg. Wenn ich sie mit... Wie läuft das bei Wasseruhren? Bei Sandburgen muss man die... Wenn man die bewässert, wachsen die denn auch? Vor allem, die ist doch ganz schön groß. Die ist ein Meter... Meter 50 oder so. Wirst du schon knuspern? Was? Wenn ich beiße, dann ist ich schon knuspern. Ach so. Uh. Ansonsten einfach zurückbeißen. So, was kann man hier kaputt machen? Alles kaputt. Ich mache alles kaputt. Das gibt nämlich hier die Steine. 50.000. 50k. Wunderbar. Für diese... Achterbahn. Sind ein paar mehr Achten drin. Weißt du, beim Fahrrad sagt man immer, wenn da noch 8 drin ist, dann ist alles kaputt. Und auf so einer Bahn ist das gut. Oh. Oh nö, jetzt muss er hinswimmen. Auf dat Boot. Auf den Kuder. Oh, lisschen load auf dem Boot. Oh, lisschen boot auf dem Kuder. Ich wollte gar nicht dieses Zeitrennen machen. Ich hätte gedacht, dass man hier wieder rauskommt. Weißt du? Aber nö. Ich werde auch ganz nass. Wie soll ich das denn auf dem Feuerwehrboot erklären? Ja, nee, mega. Das ist ja... Oh, ich liebe dieses Spiel. Es ist das beste Spiel aller Zeiten. Jeder sollte sich das kaufen. Mal gucken. Aktionsvorschläge. Oh ja. Schönen, danke. Toll. Problem melden. Bitte leutere das Problem. Ich glaube, das reicht. Hier, Screenshot, danke, ciao. Danke. Ja, bitteschön. Da guckt sich jetzt bestimmt einer an und fixt das Spiel. Zehn Jahre nach Release. Das glaube ich. Wörter mit Sch sind ganz schlimm. Schande. Schäumenkläuste. Schöne Statue. Moment, Statue schreibt man nicht mit Sch. Auch wenn das sich so anhört. Schiefer Turm. 17,3%. Jawohl. Da sehe ich mich. F, F, F. Oh. Schneesturm. Jawohl. Wenn man zum Museum im Nobelviertel geht, lernt man garantiert, was nützlich ist. Ich habe zum Beispiel mal gelernt, dass ich überhaupt nicht im Museum war. Und dass es Leuten überhaupt nicht gefällt, wenn man einfach so bei ihnen zu Hause reinplatzt. Ja, die Frau Hansen. Die hat mich angerufen. Da ist halt nicht vorbei. War nicht so gut. Also für mich. Was? Wer ruft denn an jetzt hier, Mann? Rex Fury treibt mich zur Weißglut. Aha. Wir erledigen die ganze Arbeit und halten den Kopf hin. Und er hat uns wie Kaffeln bezahlt uns mit. Erdnissen? Chase? Wie viel hast du gehört? Fand ich das irgendwie überspringen? Wo ist das? Ist das ein Tonknees? Ist das ein Loster? Loster? Mein Loster ist. Ich mag große Autos. Er ist der Privatkäufer, für den ich arbeite. Aber jetzt hat er den Bogen... Oh nö, bleib hier. So lässt sich ein Papalardo von niemandem behandeln. Wir machen jetzt unser eigenes Ding. Bitte bleib mal stehen. Der größte Fisch von ganz Lego City. Der Walhai aus dem Aquarium? Nein. Schupp. Schupp, schupp. 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 Dem gehört die Stadt. Los jetzt. Okay, wenn ich... Ich kann meine Tarnung noch nicht aufgeben. Nicht bevor ich Wraps habe. Hä? Oh nö. Wo soll ich denn hin? Am Eingang des Meerestunnels. Okay. Ich bin ein bisschen langsamer hier. Oh, ganz in Ruhe. Wer die... Wie die Pferde aufschäumt. Oder so. Oh. Na, ihr wisst schon. Ups. Oh nö. 15 Minuten sind echt gemein. Ja. Was soll ich denn erst sagen? Ich hoffe, gleich kommt was anderes. Ich hoffe, gleich kommt flüstern oder so. Da kann ich schön leise sprechen. Was ist das denn für ein Hupe? Das ist ja wie meine. Hüb, hüb. Hallo. Bitte. Wären Sie so gnädig und würden den Weg freimachen? Arty. Arty. Ihn kenn ich. Der arbeitet im Warenhaus. 13. Hat guten Job gemacht. Job, Job. So, was noch? Hüb, hüb. Warum denn nicht? So klingt die. Warte, nicht aufs Ohr hauen. Das tut doch weh. Das macht rote Flecken. Ey. Aber ja. Twitch Prime ist mehrkostenfrei. Das ist korrekt. Das hast du was Richtiges. So. Hüb, hüb. Rote Felgen auf den Snacken. Was? Du meinst rote Snacken auf den Felgen. Wo hab ich? Nö, hab ich mir die Felgen kaputt gemacht. Nö, hab ich nicht. Ich dachte schon, die schönen teuren, für teuren Felgen. Okay, da kann ich aber durchfahren. Gar kein Problem. Ich hab, was? Ich hab echt die Furcht, dass ich irgendwann verlachen kotze, wenn ich dir so zuhören. Nö, Nosa, das muss drinnen bleiben. Alles. Nicht auslaufen oder aus. Die Dinge verlieren. Was ist das denn? Aliens? Oh, Nö. Die Aliens kommen. Das muss von die Russen sein. Oh, Gott. Werner. Oh, Nö. Ab in Kohlenkeller. Lass uns verbarrikadieren. Deine Augen sind ausgelaufen. Oh, Nö. Da muss man was gegen tun. Du musst dir so Stöpsel besorgen. So, Flup. Ups, apropos Flup. Warum hab ich gehüpft? Moment. Hui. Ach ja, stimmt. Das kann ich ja auch. Guck mal, ich hüpfe einfach über die Baustelle drüber. Über die Stöpsel für die Augen. Ja. Endlich. Aber das willst du nicht, dass das noch weiter geht? Können wir nicht den ganzen Abend so machen. Nein, machen wir nicht. So, ich drehe einfach nochmal das Rad. Das Rad. Oh, Nö. Oh, Nö. Oh, Mann. Ihr seid aber echt voll anstrengend heute. Ey, das ist schon irgendwie... Ich weiß auch nicht. Meine Schmerzen, das ist ein Brasorstoff. Okay. Oh, Nö. Tu das, Nö. Och, Mann. Kupo, ey. Ey, ihr macht mich echt anstrengend. Das wisst ihr. Meine Schuld. Na, das ist schon irgendwie... ...belastend. Oh, ich hab ihn im Spiegel abgefahren. Naja, Spiegel sind eh, äh... kapitalistische... ...produkte. Sauerei. Spiegel sind eine verdrehte Realität. Und Tore zu unterirdischen Dimensionen... Ne, zu... zu dämonischen Dimensionen. Das Tor zur Hölle quasi. Wusstet ihr noch nicht? Ja, jetzt... Hier habt ihr es zuerst gehört. Aber, pssst. Nicht weiter sagen. Ich bin nicht anstrengend. Ich bin streng an. Streng angelnd. Oh, jetzt. Sparst du gerade auf etwas Schönes? Oder auf etwas, das jemand anderem gehört hat, das du kaputt gemacht oder verloren hast? So oder so mit manchen roten Steinen kannst du noch schneller sparen. Sparen ist... eine Erfindung der Industrie. Damit du mehr kaufst. Warum sagt eigentlich keiner, dass das Radio die ganze Zeit alles ist? Ich hatte mir den Tunnel echt schicker vorgestellt. So reich wie Blackwell ist. Der ist ja schließlich auch noch nicht fertig. Nach dem Skandal hat Blackwell das Interesse am Bauen verloren. Ach ja, was war da eigentlich los? Bitte? Hast du die letzten Jahre in der Höhle gelebt? Wo ist er das? Blackwell wollte diese riesige Wohnsiedlung inklusive Einkaufszentrum oben im Bluebell Nationalpark bauen. Aber dann hat dort jemand eine seltene Eichhörnchenart entdeckt und aus war der Traum. Zu dem Zeitpunkt hat er aber schon Milliarden in den Bau der Blackwell-Brücke investiert. Das muss ihn ziemlich getroffen haben. Oh ja, er war alles andere als begeistert und hat gesagt, er würde nie wieder bauen. So, jetzt sind wir lieber still. Ich warte hier und lasse den Motor laufen. Du gehst hoch, sagst das Zeug ein und kommst zurück. Okay. Hey, sag mal, ich bin doch hier in der Polizeistation. Hier war ich doch in der Feuerwehrstation. Hier war ich doch vorher schon mal. Wieso haben die denn was in seinem Safe? Ich glaube, ich habe da was nicht mitbekommen. Kann das sein? Ich glaube, ich war da in einer anderen Dimension. In einer völlig unterschiedlichen Astral-Ebene. Hier ist es sonderbar ruhig. Vielleicht sind Blackwells Sicherheitsleute im Urlaub. Das glaubst ja auch nur du. Ich zeige euch mal den wahren Weg der Entspannung. Ruhe dich mal aus. Geh mit mir den Weg des Zen. Als Feuerwehrmann kriegt man übrigens Geld. Wenn man Feuer löscht sagt dieses Spiel ist es nicht irgendwie verwerflich? Oh. Natürlich kann man da nicht rüber schwingen. Die Schwingung würde meine Volps killen. Deswegen mache ich das nicht. noch mehr Geld. Papi unterstrich Nero spendet einen Biddy und Schalalom Ding Dong. Was? Wir Klingeln Klingeln sind auch eine Erfindung der Industrie. So was braucht man nicht. Klingeln mit ihren hohen Schallen drücken und drücken Frequenzbereichen stören mein Chakra. Und nicht nur meins Charlie und lasst uns alle Freunde sein. so wie Simon der sagt euch nämlich folgendes höret auf Simon der hat Ahnung er sagte damals schon grün blau gelb rot nur das ist der einzig wahre Weg und daraufhin erschienen die drei heiligen Zahnräder so steht es in diesem alten Buch ist ein sehr staubiges Buch aber es ist alles wahr was darin steht mehr oder weniger welch Rätsel wie mir durch bin ich übrigens doch nicht in der Polizeistation oder Feuerwehr dafür sind hier zu wenig Feuerwehr Menschen ihm ist der Erfolg zu Kopf gestiegen oder er ist dem Erfolg aber ja wir sollten alle mehr Blumen pflanzen das ist der richtige Weg Blumen sind Leben Leben ist Liebe und Liebe bereichert die Welt und bringt euch weiter ihr seht ohne Liebe wäre ich hier nie hoch gekommen genauso gebt mir eure Herzen ich bewahre sie für euch auf ok ciao was ein herz aus blättern das hier verrückt welch wunderschön gemälde der hingabe apropos hingabe ich gebe jetzt auch und zwar diesen korb hier hin und baue daraus ein keypad der liebe ok chase lass nichts zu wertvolles mitgehen such nach was glitzerndem das winnie gefällt wüt wäre ich ein zurückgezogener milliardär wo wäre dann mein safe natürlich ganz safe da hinten was chase ein paar typen sind aus dem nichts aufgetaucht und verfolgen mich ich versuche sie von dir weg zu locken ich schnapp mir das zeug und hau ab fernseher sind böse kontroll instrumente der regierung die euch eure seelen aussaugen wollen deswegen lasst uns auf alles alles drauf prügeln was irgendwie ein monitor ist außer wenn dort der twitch kanal von chris ki läuft das das ist niemals propaganda sage ich was definitiv keine propaganda ist propaganda propaganda okay ich tausche rot gegen rot wow das ist sehr wild aber so bin ich so kennt man mich ein wilder party löwe siehste das ist doch mal ein sinnvoller ort für einen safe warum ist das nicht der safe aber da ist doch safe sein schatztresor ich sollte ihn mal lieb fragen ob er das überhaupt will der tresor überhaupt geöffnet werden nein heißt nein und keine antwort ist auch eine antwort ich spiele euch jetzt erst mal die ode an die freude wo gehe ich ab ist das deren ernst das einzige was raus kommt ist ein flummen ich meine die 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 töne der verdammt ich brauche alles wort für liebe hiebe nähe das nennt man reiben ist das kann ich das schieben ist das eis beständigkeit das lenkt sicher russ russ of love um time die 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 das ist ein geiler tune das erinnert mich an die 68er sowieso dieses ganze büro erinnert mich an die 60er beste Zeit. Da war die Wild noch in Ordnung. Oh, hallo, wollen wir uns alle Geschichten von damals erzählen am Lagerfeuer? Setzt euch doch hin zu mir, macht es euch bequem. Lasst uns eine Runde chillen. Ich habe hier noch irgendwo meine Glückspfeife. Apropos Pfeife. Wann ist denn das endlich vorbei hier? Okay, ich höre nichts. Moment, ich habe meinen Stethos Copsaurier nicht dabei. Der Scout. Ach, Autos sind auch kapitalistische Geschenke, aus denen ich mir nichts mache. Doch, ich mag Autos. Geld. Wo Geld? Da Geld. Schatz-Tresor. Mach auf. Oh, endlich. Hilfe. Jetzt habe ich da den dritten, was, habe ich da aufgemacht? Ich dachte, hä? Was öffnet ihn jetzt? Kann ich hier vielleicht einen anderen Fumor auswählen? Ach, ist das schön. Ja. Ah. Puh. Wilde Sache. Wild, wild, wild. Finde eine Möglichkeit, vorerst Blackwild Schatzversuch zu öffnen. Hä? 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 Hilfe? Achso, vielleicht soll ich mal rausgehen, oder? Hallo? Ich prügel dich weg. Okay, das bringt mich nicht weiter. Okay, Gewalt bringt mich nicht weiter. Ich probiere es weiter mit Gewalt. Ich bin ein Mensch. Du Mensch, du Mensch. Ich mach das Piano kaputt. Oh, guck mal, das ist ein rotes Piano. Ich mach natürlich ein Flügel. Äh, wir sind gar nicht fliegen. Warum leuchtet dieses... Warte mal, warum leuchtet das? Nee, das hat doch... Also, das kann ich ja nicht aufmachen. Dafür muss ich Rex Fury sein. Der bin ich nicht. Offensichtlich. Da ist nur rot. Rot und rot. Das heißt, ich kann das Ding nur auf rot machen. Das heißt, das war schon mal richtig. Kann ich mit dem T-Pad jetzt irgendwas machen? Nein. Komm ich da jetzt so rein? Nein. Warum hat er gesagt, eine Ebene noch? Kann ich hier mit dem Aufzug fahren? Nein. Die kommen von unten nach oben. Kann ich hier irgendwas machen? Feuerwehrmann irgendwas? Ah. Ich muss lieber sprayen. So irgendwie war das, ne? Da fände ich direkt. Ey, ich finde einfach den Hitpoint... Die Hitbox von dem Ding nicht. Ich bin ein guter Feuerwehrmann. Geht mir das auf den Keks, ey. Am Anfang hat das noch gut geklappt. Und seitdem irgendwie nie wieder. Also hier rastet er ja auch ein. Ist ja nicht so, als wenn ich, ne? Irgendwie hier... Ich versuche hier rauszukommen. Er rastet halt ein. Wow. Das... Wow. Ach man. Was soll denn das? Man, oh ich will jetzt, dass es hier weitergeht. Wo... Wo geht weiter? Brudi Junge. Finde eine Möglichkeit. Was heißt denn das? Finde eine Möglichkeit. Wie, was, wie? Dieses Spiel manchmal, ey. Also das hat ja nur... Was ist das überhaupt? Kann ich das... Ich kann das ja auch nicht verschieben oder irgendwie. Ist das ein... Ist das Glas? Ist das Eis? Was ist das? Kann ich irgendwas... Ja und Chat, sag doch mal. Wir sind übrigens in Kapitel 11. Glaube ich, oder 12. I don't know. Warte... Ach. Na warte mal. Junge, schieß. Hier. Hier müsst ihr doch eigentlich, oder? Irgendwie. Aber wie kann ich das? Also so schießt er ja nicht. Der schießt da ja auch nicht drauf. Also kann ich das nicht. Nicht Dingsen. Oh nö. Ich hasse es. Das macht mich total fertig. Wenn das mal ein alter Meister sieht, do. Oh nö. Dann kriege ich aber... Boah, da kriege ich was zu hören, do. Warum kann ich hier von Rot nach Rot? Das Ding macht hier überhaupt keinen Sinn. Warum habe ich das hier rangebaut? Brauche ich da andere Farbe? Ich kann ja auch keine andere Farbe mir holen. Ich kann ja nicht nach unten wieder. In das Labor. Junge, jetzt bitte mach auf der... Ist hier noch irgendwas drin? Nö. Ich kann doch die Tür rot machen. Also ich glaube, entweder muss ich da rein oder das Spiel lässt mich nicht. Nö. Das wäre auch kein Ankerpunkt. Hier gibt es nirgendwo Ankerpunkte. Was soll denn das? Oben vielleicht da? Nö, da. Kann der Flügel irgendwas? Kann der was? Was war... Moment, was war das? Da war doch gerade was. Sag mal, ich glaube, du willst mich doch wohl veräppeln. Wo zum... Wo kam denn das her? Warum hat das mir hier nicht angezeigt? Was für ein Quatsch? Quatsch mit Soße ist das. Ich bin ein Detektiv. Ich Detektive. Ich finde alles raus. Was kommt raus? Hauptschule. Oh nee, das war... Ja, wow. Sag mal, ich hab das die ganze Zeit aufgemacht. Hättest du noch nicht vor, mal reingucken können? Jetzt baue ich hier dieses komische Pad zusammen. So, mach das auf. Lego-Held, jawohl. Jetzt hab ich das wenigstens geschafft. Mal auf der jetzt. Na, guck mal. Ich wusste, dass ich das aufmachen kann. Und jetzt mal die Road. Nee, Moment. Das ist nicht... Das ist nicht richtig. Falsche Road. So. Sesam, öffne dich. Oder einfach öffne dich, wenn du ne Sesam-Allergie hast. Was? Wow. Das nenne ich mal ne Menge Zaster. Ja, nimm mit da den ganzen Quatsch. Wer bist du? Das ist doch kein Handtuch. Äh. Oh nö Das sind Agent Smith Operator Ich brauch einen Ausgang Was hat er gesagt? Hab ich nicht gehört Ist zu laut hier Aber geil gemacht Ja nochmal rutschen Alle rutschen Ja, bitte lass auf der Autobahn Komm, du schaffst das Ja, der schafft das Ja, super Ein richtig doof, der Typ Oh, schade, ich dachte, wir fahren mit dem Moped Die sind über die Autobahn und drinnen Die kommt, darum mit dem Helikopter Nee, Moment, die kam nicht mit dem Helikopter vorbei, egal Der Scout haben wir Freigeschaltet 100%, das weiß ich jetzt schon Habe ich schnell ausgerechnet Ja, als Meister Von der Solar Sanitär Und so weiter Firma Reicht das nicht, da musst du heutzutage Köpfchen haben, die Leute bescheißen Dich, die ziehen dich übers Ohr Die hauen dich über den Tisch Da ist Unfassbar ist da Wenn du nicht aufpasst Hast du nicht aufgepasst Seit wann habe ich Schlüssel hinten dran Chase, ich versuche immer noch diese Typen loszuwerden Bist du entkommen? Ja, aber hinter mir sind sie auch her Okay, wir treffen uns am südlichen Ende der Promenadengärten im Zentrum Alles klar Wo zum Teufel ist das? Warte, ich fahre da jetzt hin Da ist doch gar kein Problem Moment, Moment mal Da kann ich doch nicht mit so einem Gefährt hin Da muss doch was ordentliches hin Ich brauche mal eine Pizza Oh nö, sie sind hinter mir her Achso Äh Das sind originale Filmsitate Aus Matrix Weiß man doch Weil wir haben alle ja Matrix gesehen Deswegen Wissen wir das Also meine Lieblingsszene war Als Meister Rörig Äh Gesagt hat Äh Jo Ich konnte Kung Fu Das war super Wow Da ist ein Schinken obendrauf Ich muss es rausfeuern Was? Wo bin ich jetzt überhaupt? Achso, hier Sie sind hinter mir her Du wild Hä? Jetzt sind es plötzlich keine Agenten Smith mehr Alle Au, aua, aua Ich kriege aufs Maul Hilfe Ich wollte doch gerade was Huah, aua Huah, uh, uh, uh Was ist? Warum? Oh nö Da kommen noch mehr Typischer Rörig Jawohl Kann ich gleich Um die Um den Laternenfall rum Bitte? Aua Woa, aua Warum muss ich eigentlich Einmal alle festnehmen Kann ich die nicht einfach So wegprügeln? Okay Jetzt fährt der Eismann wieder Wenn der Eismann zweimal klingelt Dann hat er Eis In seinem Auto Mo, bist du schon bei den Promenadengärten? Schön wär's Diese Kerle haben Leute an den Docks postiert Um mich aufzuhalten Kann also noch eine Weile dauern Fahr zu Winnie Ich hab bei ihm angerufen Aber er ist nicht rangegangen Nicht mal um mich anzubrüllen Da stimmt was nicht, Chase Ich werd nach ihm sehen Okay So, wo kann ich denn Hier die Dinger reinschmeißen? Wo ist denn hier Boom? Organisch Dann Boom machen Boom, boom, boom Boom, boom, boom Ich Mach kaputt Deine Ruhe Hier vielleicht? Nee Hä? Say what? Ich muss einkaufen gehen Ich muss einkaufen gehen Ich muss auch einkaufen gehen Ich muss mal einkaufen gehen Aber was? Hm Schade, ich dachte Ich lese den Satz nach vor So ein typischer Röhrig Was ist das da? Junche Mach mal die Kasse auf Da ist noch ein Zwanziger drin Mit dem gehst du jetzt zu Frau Hansen Und kaufst dir eine Roll Ne was? Eine Rollerschnecke Fürs Fahrrad Was ist denn eine Rollerschnecke? Rollerschnecke Meine ich natürlich Was ist das denn? Das hab ich auch noch Ein Herz Oh nö Herzen sind voll glipschig Was soll ich damit? Ich hab doch schon gesagt Mit Liebe kann man sich nichts kaufen Oh da ist so So Äh Wo ist denn jetzt das Boom-Ding? Bitteschön Wo ist denn das Boom-Boom-Ding? Hä? Wo ist der Boom? Ich kann doch hier nicht Warum kann ich hier Boom kaufen Wenn ich nicht Boom machen kann? Egal Habe ich einen Warte hier vielleicht kaputt machen? Habe ich Boom-Boom in der Hand Ist immer gut Ich weiß nicht Sollen wir noch zu Zu Dingens Dingens Ja Kann ja nochmal kurz rüberfahren Da Boom Boom Aua Habe ich noch mal ein bisschen Sind wir auf 80 JAHUHU Pff Ey Das ist Faces Spruch Weiter geht ihr JAHUHU Aua Oh ich würde echt wirklich gerne einen Helikopter haben oder so Ich sage euch sobald ich in GTA immer irgendwie einen Helikopter hatte oder so Da war vorbei Helikopter oder ein Flugzeug Ich bin überall gelandet Und mit dem Flugzeug auch Ist das ein Müllabfuhr oder ist das eine Straßenreinigung oder was ist das? Es ist eine Kehrmaschine Aus dem Weg Ich muss die Bösen von der Straße kehren Ich muss die alle bekehren Aber man lässt mal die Kamera nicht drehen kann Ich würde so gerne sehen wie die Bürste bürstet Diese Bürste Wird die Straßen dieser Stadt sauber bürsten Ach zu wie Ja wie komme ich wohl in Pappalados rein Warum Vor allen Dingen Warum muss ich durch das Dach? Ich kann doch durch die Tür Ich wohne doch da quasi Sind wir hier bei Yakuza oder was? Ich meinte laike Dragon Ich brauche忍 Mit Ruhe. Warum glitzert das so? Jetzt weiß ich, warum ich Boom mitgenommen habe. Für Boom und Ehre. Boom und Ehre. Walle ein Stein ist. Kann ich jetzt einfach runterlaufen? Da ist noch einer. Wie geil ist das denn? Aber warum kann ich denn nirgendwo, also wenn ich irgendwo reinlaufe bei Lego, dann in solche Häuser hier in der Stadt, dann ist immer, entweder ist da nichts drin oder ich kann da einfach nicht richtig runterlaufen. Kann ich hier vielleicht so hoch? Ein Schwein. Ich reite da jetzt nur ein Schwein rein. Danke, Schwein. Ich muss mal ganz kurz hier kommen. Ich nehme mich gleich mit. Es sind unfähige Azubis. Wie wäre es damit? Ha, ausgetrickst. Wobei, oh, ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ne, doch nicht. Spezialauftrag 11. Alle wollen ein Eis cremen. Übrigens sind alle 22 Schweine von der Pharma Hayes schon wieder ausgebückt. Ach, dankeschön. Also solltest du ihn nicht schwarten lassen. Ha. Verstehe ich nicht. Wo ist mein Schwein? Was machen die da drin? Haben die da was mit Händen zugemacht? Wer glaubst du hat uns geschickt? Was? Warum hat? Oh, sorry. Wie war das? Ich höre dich nicht. Ups. Hab den Griff abgebrochen. Ich sagte, warum? Oh. Ich muss Winnie da rausholen. Sonst ist Winnie gleich Eis. Ich rette Winnie. Ich weiß aber nicht wie. Warum? Weil Winnie sonst erfriert. Deswegen. Hallo Berliner Bahnstube. Okay, ich glaub das wird ein... Ach Gott, das wird ein größeres Ding. Ja, hau raus. Alles raus. Hallo. Kann ich die verprügeln? Nee. Geh, dann spiel weiter. Okay. Ich wollte eigentlich... Schisch. Schisch, genau. Ich wollte eigentlich schon eine Idee neben machen. Befrei mich, einer von dem Ding. Warte. Warte. Du, der da. Hat gelöst. Ja. Warte, ich seh nichts. Ach. Warum kann ich den nicht kaputt hauen? Er hat's verdient. Pat entdeckt. Nochmal? Okay. Pat gelöst. Ja, ich seh nichts. Ich brauch mal den Herrn mit der Pistole hier. Ah, natürlich wieder die falsche Farbe. Hat jemand grün gesehen? Was ist da los? Weiß ich nicht. Ah, ein Keypad. Ah, oh, du willst aufs Maul? Es tut mir leid. Heute haben wir nur, äh, eine gefrorene Phrase im Angebot. Ich weiß auch nicht. Ich will coole Sprüche machen. Aber es stehen hier keine coolen Sprüche. Ha, coole Sprüche. Ha. Ich kann nur sowas. Tut mir leid. Na ja. Ihr seid ja nicht wegen cooler Sprüche hier. Pat entdeckt. Da könnt ihr mal schön zu Kubo rüber gehen. Aua, was denn? Ich hab gar nichts gemacht. Muss ich mich wieder ausbeulen hier. Pat gelöst. Ja. Aua, aua, aua. Mach mal mehr. Wie, mehr? Mehr Eis? Kann ich nicht. Winnie, 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 Win... Schie, ist mir doch egal. Oh Gott. Jetzt geht's aber los hier. Ist euch langweilig? Sag mal. Ja? Ja? Hab ihn. Oh. Äh. Du bist Winnie. Ich weiß, dass Rex dich hintergangen hat. Aber jetzt mach mir nicht schlapp. Ey, du, ich baue dich nicht zusammen. Hä? Kann er selber machen. Was ist los mit ihm? Cat on a stick? Who's cat on a stick? A cat? You want a cat? Me's a cat. Me is now a cat. Ja. Oh, die Krizen ja? Ja? Ich baue den jetzt zusammen. Ja. Der Anführer hat sich in den Eisfabrik eingeschlossen. Du kannst reinkommen durch einen Geheimgang in meinem Büro. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben. Was? Einer von diesen Würmern hat dem Porträt meiner Mutter den Schnurrbart verpasst. Oh no. Oh no. Wie kann man sowas nur machen? Ja. Hast du ne Ahnung, wie viel ich dem Maler zahlen musste, damit er ihren Schnurrbart weglässt? Sie wird komplett durchdrehen. Das war so klar. Das war mir klar, dass der Witz ist mir. Oh, guck mal, wie schön das Eis aussieht. Da will ich gleich mal einfach so mit der Hand so flupen. Was will er machen? Das Gesundheitsamt wird deswegen wohl kaum was sagen hier. Ich glaube, das sagt eher welche anderer Dinge. Dinge was. Außerdem, warte mal. Das ist doch Gitarrenmusik. Warum, warum geht denn der Typ am Piano so ab? Ja gut, ein Piano ist ja letzten Endes, oder ein Klavier ist ja letzten Endes auch nur ein Seiteninstrument. Auch wenn es mit Tasten gespielt wird. Aber die Töne machen Seiten. Das ist voll verwirrend. Ja. Ja, hallo. Ich mach dich kaputt, Junge. Entschuldige, ich, äh, hier, da. Oh, ganz schön dunkel. Ja. 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 Ja, ich zerleg jetzt einfach hier seine ganze Einrichtung und sag, es waren die Gangsters. Ja. Ja. Der Riesen-Eiskugel. Ja. Und warum ist mein Nachtlicht nicht an? Ja, weiß ich nicht. Hab ich... Ist kaputt. Ist Akku leer. Ja. Ja. Das hält die Monster fern. Ja. 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 Ja, mir ist Halt. Ei, ist sauer. Warte, ich bau mal kurz das Ding zusammen, dann knaste ich dich ein, ja. Dreifachen Rittberger und dann eingeknastet. Und, und wie haben sie dich geschnappt? Ja, mich haben sie mit einem dreifachen Rüddelschweiger. Schmittberger. Winnie hat mich bis heute nicht bezahlt. Ja, ich mach alles kaputt. Ja. Oh. Okay, was auch immer das ist. Und jetzt mal ist es wieder kaputt. Ey. Da geht es jetzt nicht, oder was? Sollte ich schon sagen. So, bald haben wir 50.000, da können wir uns die... Achterbahn bauen. Nee, die Meintenlinie, ja. Ich muss Pia Feuerwehr machen, ja. Feuern, ja. Mensch. Ach, nö, wo bin ich denn hier? Danke fürs Kaputtmachen, ja. Ah, guck mal. Fallschwunde Blumen. Ja. Keine Ahnung, was das für Blumen sind, aber es sind Blumen. 2D-Blumensprites, ja. Meine Lieblingsblumen. Ich weiß nicht wie, ja. Wow. Okay, ich mach den Schrank aus. Also ein Farbwechsler. Okay, brauchst du dich denn für irgendwas? Ich glaube, ja. Welche Farbe hab ich denn dabei? Ah ja, Lila und Rot. Okay, das heißt, ich muss irgendwo Rot reinpacken. Aua. Kommt der Dino auf meinen Kopf? Der ist hochgesprungen. Der hat sich in meinen Haaren festgekrallt. Dann hat er gesagt, oh, hier ist aber schön. Ich so, ja, alles klar. Wir haben jetzt eine Symbiose, haben wir eingegangen. Iron Bag. Me is bag. Putt entdeckt. Wild. So much Putts. Putt gelöst. Es macht dich kaputt, du Schrank. Nummer 8 schon, oh Mann. Aber jetzt muss, ja, ich muss wieder der werden. Äh, der Polizist. What? What? Wir singen alle gemeinsam mit. Dumm, dumm. Wow. Ein Schlüssel. Dieses Schlüssel und packe den da rein. Wow. Ui. Mein eimer Schrank. Er ist krank. Das ist schon krank. Eisbecher nochmal zerkloppen hier. So. Genau was kaputt machen, nö. Hier ist doch bestimmt auch noch irgendwas. Das ist noch ein Ausgang oder so. Muss doch. Ah, dun, 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 dum, bum, 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 bum. Boah, so langsam merke ich aber schwankende Energie. Ah, hier kann ich. Der Rot. Da mache ich der Rot. Dann mache ich auf den Schrank. Ja, ich höre mal eben. Ah, ich kann nur wegen der Musik nichts hören. Oh Gott. Uah, boah. Er bricht sich ein. Ah, ein Eis. Wow. Winnie mag Eiscreme wirklich sehr. Ach, echt? Ein Eisbuch? Okay. Oh, jetzt ist ein rotes Eis. Nee, ich will kein rotes Eis. Mach das weg. Wie, bäh. Oh, warte. Ich muss es da hinschieben, ne? Ah. Dann kommt mein Tomb Raider. Aber ich habe das lieber, als wenn ich gar nicht mitbekomme, was passiert. Aber ich weiß es ja. Aber das Spiel ist schon, äh, für Doofe manchmal. Gemacht. Also für Kinder. Verstehst du, weil Kinder doof sind. Putt entdeckt. Was denn? Ich mach doch gar nichts. Das ist eine ziemlich ungewöhnliche Art, eine Tür zuzusperren. Putt gelöst. Das ist so günstig, wa? Nicht, dass ich noch, äh, aua. Putt Overload krieg ich hier. Ach, so läuft das. Äh, Zucker, Putt und Honky. Oh, Gott. Oh, die Eisfabrik auch noch. Hat er gerade gespeichert? Ne, Alter, komm, wir machen die Eis... Wir haben jetzt drei Stunden noch, obwohl wir machen die Eisfabrik nicht noch. Oh, nein. Jetzt müssen wir nach Hause gehen, weil die Eisfabrik zugemacht hat. Na, toll. Was treibst du denn da unten? Machst du dir einen Eisbecher? Ja, mach ich jetzt. In meinem Büro. Wie heißt das? Wohnzimmer. Wohnzimmer heißt das, genau. So, ich mach jetzt den hier. Ich schmeiß euch jetzt raus. Ich hab, er hat gespeichert. Kann ich wieder nach oben? Probier mal. Ne, geht nicht. Naja, notfalls machen wir das beim nächsten Mal nochmal. Ist ja gar kein Problem. No? Wie, no? Kein Eisbecher? Sad. Was ist denn das hier für ne Musik, ey? Ja, ist schon viel besser. Endcredits. Okay, wild. Just one Cornish Pasty. Was auch immer. Ach, es war mir wie immer ein, äh, ein Jumbo Pasty. Wir schauen mal jetzt gemeinsam nochmal, was so auf die Twitch geht. Wir schalten aber nochmal hier kurz so rüber. Wo ist mein, wo ist, wo ist Umschalt.exe? Hat das hier, hallo? Habe ich mal den Umschalter gesehen? Die Datei zum Umschalten. Da ist sie. Fluch. Ach ja, war so langsam, oh. Ich mach gleich eine Notabschaltung, wenn das so weitergeht. Aber ganz dringend hier gucken. So viele unbekannte Leute hier. Wild, wild, wild. Keine Notabschaltung ist nicht gefährlich. Na, das ist gar nicht so gefährlich. Ich mach dann einfach. Und dann... Dann gibt's eine Notladung. Das ist aber sehr teuer. Das ist so ähnlich wie, äh, Not-Diesel-Befüllung beim ETS. Kostet auch irgendwie 50.000 oder so. So, es ist wieder Rasterlot am Start. Ich seh das gerade. Alter, bui, jui, jui. Heute Dienstag. Dienstag sind viele online, ne? Habe ich so immer das Gefühl, so, Dienstag ist viel. So, hallo, willkommen auf meiner Twitch-Seite. Was haben wir denn da? Punishing Grey Raven sagt mir nichts. Das sieht aus nach Anime. Anime-Spiel, ja bitte. Papi-Nero spendet einen Biddy. Einen guten Nacht, Biddy. Gute Nacht, Biddy. Gute Nacht, Biddy. Gute Nacht, John Boy. Gute Nacht, Papi. Danke für den Bid. So, der Schwederer. Was? Der Schwederer? Den kennen wir alle nicht. Wer sind das für Leute? Wer ist das da? Habe ich noch nie gesehen. Suni? Habe ich noch nie gehört. So, World of Tanks. Es geht um Tanks. Das ist gut. Jo-Jo-Jus-Ratting. Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh. Punishing Grey Raven ist, glaube ich, ein Gacha. Ja, das sieht so ein bisschen so aus, ne? Meinte ich ja. Mit Anime-Spiel. Satisfactory. Dark Souls. Remastered. Nee, danke. Ich verstehe nicht, was die Leute an Dark Souls haben. Er ist einfach, naja, weiß ich nicht. Die Leute, die Leute mögen Schmerzen. Wie gesagt. Strom und Geld. Die einen mögen Strom, die anderen mögen Geld. Satisfactory. Hatten wir schon. Kingdom Hearts. 1, was? Kingdom Hearts 1, was? Kingdom Hearts HD 1.5. Plus 2.5 Remix. Geilste Titel ever. Warframe. Supermarket Simulator. Jo, das klingt nett. Just Retting. Über Schuhenies und wo sie zu finden sind. Ich weiß, wo Schuhenies zu finden sind. Da. Kleiner Goldmord spielt wieder Raft. Aber leider alleine, glaube ich, ne? Oder? Im Duo mit Yes Woman. Uh. Ja. The Room 2. Sagt mir nix. Sherlock Holmes. Sagt mir was. Aber nö. Search and Simulator 2. Okay. Können wir die Games mit Max und Jonas. Aha, aha. Oh, der G war schon schnell hoch hier. Entschrouded. Digi Games. 10K. Jetzt mal joggen. Yes. Wann wart ihr das letzte Mal joggen? Tja. Äh. Eben gerade. Hm. Und Rust, Rust. Okay. Äh. Und, und. Bei Alice. Wo die Madness zurück. Kommt. This is Madness. No. This is Sparta. This is Spargel. Oh. Hier ist er auch wieder abgeschmiert, oder was? Oh, guck mal. Hier will voll krat... Wow. Uh, Chat. Oh, krass. Guck mal, da seid ihr. Also, fast. Krass. Achso, warte. Ich brauche für nächstes Mal einen Titel. Wir müssen uns noch einen Titel für Donnerstag rausdenken. Warte. Äh. Irgendwas mit Eis. Hallo Mama. Ich bin im Fernsehen. Krass. Nee, Chris. Mann, Nosa. Du solltest mich langsam kennen. Ähm, ähm, Eis. Ein Titel mit Eis. Ähm. Eiskalter Killer, oder... Eiskalter Killer, oder... Ich brauche irgendwas, irgendwas niedliches mit Eis. Mir fällt gerade noch flauschiges Kätzchen ein, aber das macht bei Eis keinen Sinn. Flauschiges Eis ist auch doof, habe ich gehört. Eiskalter Killer, oder... Eiskalter Killer, oder... Nee, ich habe ja schon... Eiskalter Killer, oder... Ich frage nicht nach dem Preis, ich schenke dir ein Eis. Eiskalter Killer, oder netter Eisverkäufer. Ich finde, das klingt nicht. Netter Eisverkäufer. Fragezeichen... Eiskalter Killer, oder... Eiskalter Killer, oder... Eiskalter Killer, oder... Eiskiller kalter? Nee, Eis, Eiskalt, Eis, nee. Oder ein killkalter Eiser. Kann man damit nicht irgendwas machen? Eiskalt abgekillert. Was? Eiskalter Killer oder äh oder kalt Kaltkiller Eiser? Nee. Kalt Eiser. Nee, macht alles keinen Sinn. Katerkillender Einsiedler. Ich dachte, da könnte man was machen. Eiskalter Killer oder Eiskaffee Chiller. Das finde ich gut. Nosa hat studiert. Das reimt sich. Außerdem hat das einen guten Sound. Eiskalter Killer oder Eiskaffee Chiller. So, damit hat Nosa den nächsten Titel gewonnen. Ja, ich finde das eigentlich ganz geil. Wie gesagt, ich mag das ja total. Dass man sich wenigstens einen Titel ausdenkt. Ich meine, den letzten Titel, Steckstein, Steckstein, den hat Junia gesponsert quasi. Den hat sie sich ja gewünscht. Aber den hatten wir jetzt schon zweimal. Boah, könnt ihr vielleicht, nee, weiß ich, oder? Wollt ihr irgendwie Titel einreichen? Nee, ist doof. Ich würde schon ganz... Das können wir aber tatsächlich auch machen. Titel für die nächste Folge einfach gemeinsam erarbeiten. Das finde ich gut. Ist gekauft. Hey, ich finde meinen Eiskaffee Chiller gar nicht so schlecht. Ich auch nicht. Sag ich doch. Einmal drehen wie Eiskaffee Chili... Äh, Eiskaffee Chiller oder eiskalter Killer? Nee, ich finde eiskalter Killer oder Eiskaffee Chiller finde ich tatsächlich äh... finde ich besser. Wir überlassen den Profis. Okay. Mieser Profi. Ich, ich, ich weiß ob Dinge gut klingen oder nicht. Meine Titel ergeben sich immer 10 Sekunden vor. Und Facey genau das ist das was ich nicht mache. Ich mache das andersrum. Ich denke mir jetzt den Titel für den nächsten Stream aus. Weil das Problem ist wenn ich mir ich weiß am Anfang eines Streams weißt du ja aufgrund dass ich mich abgeschaltet habe nicht mehr was ich beim letzten Mal gemacht habe. Das wird erst so langsam bis das von meiner Festplatte wieder alles runter ist. bis ich das geladen habe. Das dauert ewig. Ne, weil es ist ja alles ist halt alt. Ich habe halt nicht so ein freshes Gehirn wie ihr da draußen. So mit boom, boom, boom und studiert und äh mit krass Headset auf das gibt Superkräfte. Und bei Skeletor weiß ich nicht. Ich habe vergessen wie du aussiehst. von daher ähm woran ich mich halt immer erinnern kann ist halt dass du sehr gut die Stimme vom Skeletor Mann von Dingens Kirchens hier wie heißt der Mathe Mann wie heißt der wie heißt der wie heißt der wie heißt der He-Man genau das war gut das war echt gut also falls ihr mal irgendwann einen Skeletor braucht ich habe hier einen rumstehen bei mir im Chat aber du musst gleich gehen und zwar wohin das gucken wir uns jetzt an äh ist er noch da Eriku ne ist leider nicht mehr da ich weiß nicht was das heißt ich glaube das heißt Kamera nein äh froh fröhlich 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 da sind irgendwelche fröhlichen ich weiß nicht ich mach mal hier hört man da was also mein Browser sagt ja da ist Sound aber aber irgendwie auch nicht hab ich verkeckt ich hab verkeckt warum hab ich verkeckt warum höre ich nichts warte das kriegen wir hin äh warte what I've done achso weil ich den Soundroller gedreht hab bitte was okay alles klar oh gut das kommt von Eriku dann gehen wir da mal nicht rein ich hab grad Wörter gehört das das äh das ist nicht gut für eure kleinen Ohren ähm dann gehen wir glaube ich zu zu Rafty oder sagen wir mal bei Goldmond Bescheid warte mal wo hast du die Kiste hingetan Raft kennt ihr sicher noch nach oben oder was haben wir vor Ewigkeiten mal gespielt vor einem Jahr ungefähr der Chat ist froh dass der Streamer nicht zu sehen ist ja ich dachte du machst das jetzt ja das glaube ich auch was ist das Raft das kannst du dir jetzt angucken Face was das ist nie gesehen das glaube ich auch ach man ey kann man eure Raft Dinger noch irgendwo sehen ich würde echt gerne nochmal irgendwie wo Raft hm wo Raft ach man ach man es gibt so viel was ich äh ja mittlerweile hab ich da ja Möglichkeiten aber es gibt so viele Dinge die ich eigentlich noch gerne mal irgendwie wo ich noch mal gerne wieder reingucken würde ach man ey bis auf die letzte Folge hab ich also ich packe es vielleicht auf eine private Liste wieso denn nicht auf ne wieso denn nicht auf ne Channel drauf Nosa ich weiß Facey mag das nicht so gerne der ist sehr schüchtern aber komm ja damit Cruncho die nie sehen kann genau Junju Summer regelt wer ist Junju Summer ich mach ja schon Ravel auch ist ja schon auf dem Channel aber nur nicht veröffentlicht weil mir die letzte Folge fehlt fehlt die dir weil du die nicht aufgenommen hast oder was oder weil die irgendwie sie lost bist du auf die letzte Folge glaube ich nie gesehen ist das bei der letzten Folge weiß ich nicht ist das bei Iron Raft so gewesen wie bei bei Lost oder so irgendwie so die letzte Folge oder bei How I Made Your Mother letzte Folge besser nicht so oder bei Game of Thrones oder jeder anderen Serie wo man die letzte Folge am besten nicht sich angucken sollte weil dann endet es nie dann könnt ihr immer von vorne anfangen immer rewatchen aber ich verstehe es nicht weil ich sie nicht runtergeladen habe oh ich habe es vergessen ach Nosa ach Nosa ähm und hat die letzte Folge war legendär ja das glaube ich da müsste die halt nochmal spielen ich war mit drin ach kann man das irgendwie nee es gibt leider ach das ist so blöd dass Twitch halt einfach kein kein richtiges Archiv hat oder man die man die als Streamer wenigstens irgendwie habt ihr die nicht als Highlight irgendwie gespeichert oder so die Sprache nehme ich auch nicht oh sad sonst sonst muss Ray einfach dann irgendwie beide beide veröffentlichen oder so nope leider nicht oh sad sonst müsst ihr die einfach nacherzählen oder irgendwie so I don't know weiß ich nicht ja gut naja ähm dann schiebe ich euch mal rüber ihr wartet ja schon alle bereiten sie sich auf die Notevakuierung vor ach ja naja das ihr redet ja öfter mal in Rätseln raf 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 ja ja hoffentlich kommt da nochmal irgendwann was oder Nachfolgeprojekt oder so schauen wir mal naja Freunde wir sehen uns am Donnerstag wieder bei Lego City Undercover da gucken wir ob wir ein eiskalterkiller oder ein eiscafeechiller sind hab ich gehört hab ich mir grad selber ausgedacht den Spruch verdammt der Chat ist noch da oh verdammt oh Gott ähm ich meinte hey winke winke danke für alle die mit dabei gewesen sind die mir virtuell die Hand gehalten haben bei diesem boah das war heute so heftig als ich da gegen das Plakat geklatscht bin ich dachte das war's nicht beißen lassen genau nehmt eure Pixels mit rüber eure Lego Steine ähm die können die bestimmt gebrauchen wie so Rip Counter null da müssen wir was gegen tun Schrei Counter das kann nicht mit rechten Dingen zugehen Brainstorming yes oh sie sind bei Caravan Island nice dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem kleinen Goldmond drüben ähm der gerade scheint und äh ja wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bis dann bleibt dran tschüss voller Krise die müden streamer färben auf den chat ab ausreden bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal